Moin sind Zukunftsdesi hier, also der quasi, nicht der in dem Video, sondern danach. Ich hab vergessen, das Intro zu machen, deswegen Moin, schön, dass ihr da seid. Genießt den Talk mit Christoph aka Confuser, den wir hatten an diesem wunderschönen Sonntag, heute. Ihr schaut den wahrscheinlich irgendwann anders. Und lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, teilt eure Eindrücke und genießt diesen äußerst emotionalen Seelenstriptease. Viel Spaß. So, muss ich Taschentücher holen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich hab Zeva hier, ist alles gut. Perfekt. Klar. Ich kann dich gar nicht spiegeln. Wieso? Na, ich müsste ja transformieren und dann müsste ich... Rechtsklick machen? Hast du vielleicht das Schloss drinne? Ah, clever. Ja, Experte. Ah, wenigstens einer, der sich auskennt. Perfekt. Kein Problem. So, jetzt haben wir dich. Oh, wie voll. Alle haben immer so tolle Overlays, weißt du, ich hab einfach nur zwei Kameras nebeneinander. Toll. Ja, wieso ist doch auch gut. So toll ist mein Overlay nun auch nicht. Ja, aber so ein Rahmen so, der rahmt das halt so ein bisschen, weißt du? So ein bisschen, so ein kleiner Rahmen ist schon, ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, ja. Was Schönes. So, ich mach heute extra alles aus hier. Ja, ich hab auch alles ausgemacht. Alle Alerts weg, wir gehen richtig, richtig rin heute. Richtig rin. Was machen wir? Schönes Licht noch? Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, mach noch ein schönes Licht an. So Weihnachtslicht würde jetzt. Ja, so ein bisschen Weihnachtlich. Stimmt. Sehr gut. Hi. Hallo, Nils. Moin. Moin, was geht? Nicht viel. Ach, ich hab grad noch draußen im Garten gearbeitet, deswegen ein bisschen verschwitzt, aber sonst. Was hast du denn gemacht? Alles gut. Ähm, ich hab ne Beetbegrenzung reingekloppt, noch in den Boden. Ne Beetbegrenzung? Ja, wir sind grad dabei, ähm, so ein paar Sachen zu pflanzen, Kartoffeln, Möhren, Zucchini, solche Geschichten. So ein bisschen Gemüse, wollen wir zumindest ausprobieren mit den Glütten. Und die sind ganz eifrig dabei, aber natürlich nicht so eifrig dabei, einen Zaun reinzuhauen, den muss Papa dann reinhauen. So, ja. Ja, so geil. Beziehungsweise ist nur eine Beetbegrenzung, kein richtiger Zaun, ne? Ist doch geil. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, Laune. Das glaub ich. Und bei dir, wie geht's dir? Ja, du, ich hab heute Morgen schon gebaut und gebastelt und wir haben noch einen ganzen Transporter leergeräumt vom Vermieter und, naja, baden war ich auch noch und ein bisschen entspannt, ne? Baden? Ja. Schön. Ja, ich hab mir gedacht, so, weißt du, wenn wir heute schon mal so ein ernstes Gespräch führen, können wir auch noch mal ein bisschen relaxen vorher, ne? Nochmal so ein bisschen runterfahren. Ja. Willst du dich einmal vorstellen, Nils, für die Leute, die dich noch nicht kennen? Ja, moin, ich bin hc-dizzy oder auch Nils, das ist für mich übrigens sehr ungewohnt, dass mir jemand gegenüber sitzt, der mich permanent mit meinem Vornamen anspricht, bin das nicht gewohnt, aber auch darauf haben wir uns geeinigt im Vorgespräch. Ich bin seit neun Jahren ungefähr Content Creator, bin 37 Jahre alt, hab mal vor langer, langer Zeit, als die Mauer noch da war, hab ich mal studiert und jetzt mach ich den Quatsch hier und heute hab ich mich dazu durchgerungen, mich mal mit Confuser zu unterhalten oder Christoph, Christoph Herr, warte jetzt, da komm ich mit Christoph. Nee, Christoph, ohne Ehe. Ey, die ganze Zeit, schon seit zwei Tagen überleicht, Christoph Herr, Christoph, weil wir das so zwischen Tür und Angel haben wir uns vorgestellt, ihr müsst euch vorstellen, wir haben super lange miteinander gesprochen und Christoph fragte mich nach meinem Vornamen und als Christoph auflegte, ist mir so eingefallen, scheiße, du hast ja gar nicht nach seinem Vornamen gefragt, wie unhöflich. Und dann haben wir nochmal schnell zurückgerufen und das gemacht und jetzt die ganze Zeit, Christoph, 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 aber jetzt weiß ich's ja. Ja, das bin ich. Cool. Was hast du studiert? Kartografie. Ich bin Diplom-Ingenieur für Kartografie. Ja. Gibt's, also, gibt's den Beruf noch? Kartograf? Ja, der ist halt sehr digital geworden, mittlerweile. Ja. Ja. Okay. Schon. Ja, interessant. Das ist ja was ganz anderes. Also mal was ganz Außergewöhnliches. Sonst hört man so diese klassischen Sachen, aber das ist ja nicht was, was jetzt so klassisch studiert wird. Das war auch mehr so ein Not am Mann, weil, also ich komme normalerweise so aus einer Arbeiterfamilie, ich bin auch der Erste, der studiert hat. Und wie Eltern halt so sind, Junge, ich will, dass es dir besser geht als mir. Ja, okay, was soll das jetzt heißen? Naja, du hättest jetzt die Option, du kannst bei mir im Atomkraftwerk eine Ausbildung machen oder du gehst studieren. Äh, geh mal studieren. Okay, ich geh studieren. Dann hab ich mir, äh, wirklich, es ist so passiert, ich stand abends in einer Diskothek als, ich weiß gar nicht, so als 20-Jähriger und dann kam mein, mein damaliger bester Kumpel kam zu mir an, sag mal, Marga, willst du mit nach Dresden kommen? Ich möchte Systeminformationstechnik studieren. Das ist so ein bisschen Zeug mit Computer und das geht ja und du magst ja auch Computer. Ich natürlich dann so eine, äh, ich hatte eine Havanna-Club-Sprite in der Hand und davon waren schon zwei in meinem Körper. Geil, richtig gute Idee. Ja, das machen wir. Ja, scheiße war es, der Mondschienhelle war total der beschissenen Studiengang, weil das war die ganze Zeit nur Elektrik und Rechnen, Mathe, Physik und wenig mit Computern in den ersten zwei Semestern. Ja. Und, äh, nach den ersten vier Monaten hatte ich Prüfungen und ich musste im ersten Semester elf Prüfungen schreiben, wovon ich zehn durchgefallen bin. Und die andere war mehr so, naja, ein Fleißbienchen hat man gekriegt. Ui. Ja, dann hatte ich so vier Monate nüscht und mein Vater hat immer gesagt, geh studieren. Geh studieren, geh studieren und dann war ich wirklich bei der Studienberatung und die fragte mich dann so, was machen sie denn gerne? Ja, keine Ahnung. Leben, existieren, atmen, auf Toilette gehen, essen. Also du warst so beruflich noch nicht orientiert? Nee. Nee, so gar nicht. Also was weiß man denn mit 22, was man denn machen will so? Also ich meine, die wenigsten wissen das. Naja, und so saß ich dann bei der Studienberatung und sie sagt, was haben sie denn so als Kind gemacht? Ja, aber als Kind bin ich mit Papa immer zur Oma gefahren und dann hab ich im Atlas rumgeblättert und navigiert und das fand ich immer toll. Oh, da haben wir einen Studiengang, Kartografie, ja, da seh ich mich. Und rein da. Und dann bin ich in den nächsten Studiengang reingegangen, so völlig blind und blöd, so. Aber den hab ich dann halt einfach durchgezogen, um Vaters Wille, naja. Und dann war ich irgendwann Diplom-Ingenieur für Kartografie aus ner scheiß Laune raus. Geil. Aber du hast das durchgezogen. Ja, ich bin fertig geworden, ja. Und ich hab auch alle so Vertiefungsrichtungen, hab ich alles mitgenommen, wie so eine irre Exkursion und Weltreisen, hab wir alles gemacht. Ja. Eine Weltreise ist da auch mit bei, bei dem Studiengang. Also da sprichst du ja schon mal, oder? Naja, was heißt eine Weltreise ist dabei? Du hast halt Exkursionen, die du tätigst, ne? Okay. Die schönste Exkursion, die ich leider nicht machen konnte, weil das genau in meiner Diplom-Zeit war, ich hätte mit einem russischen Eisbrecher an den Nordpol fahren können. Und da wäre man vier Monate unterwegs gewesen und ich wollte das unbedingt machen, weil das ist auch so ein Ding noch auf der Bucketlist, ich möchte mal an den Nordpol, aber das konnte ich leider nicht machen. Aber ich hab die Alpen von oben bis unten gesehen, also ich hab Europa, erste Reihe, Deutschland angrenzend, zweite Reihe, dritte Reihe, alles schon durch, war ich schon fast überall. Krass. Weit rumgekommen, der Mann. Ja, in der Tat, also ich hab weit über 30 Länder bereits schon in meinem Leben. Stark. Phil, also das ist auch immer noch etwas, was ich machen möchte, so in verschiedene Länder noch fahren. So das, das Spannendste, wo ich jetzt war, war glaube ich Lagomera. Lagomera war richtig nice. Die Insel, bei Teneriffa da, die, in der Nähe, die kleinste ist das. Ja. So, da kommst du auch nur mit dem Boot hin, ist relativ abgelegen, so auch hügelig, viel wandern. Ja. Ja, schön, freut mich, dich kennenzulernen. Wer bist du denn da für dich, also gilt ja selber für dich ja auch nicht, weil bei mir kennt dich ja auch nicht jeder. Nee, das stimmt. Ich bin Christoph, ich bin 34 Jahre alt, also drei Jahre jünger, hab auch ein Diplom, nur in Psychologie, hab da studiert und bin kein Content Creator geworden, sondern tatsächlich in meinem Beruf geblieben und arbeite im Jugendgefängnis. Mit jugendlichen Straftätern zusammen. Ja, das war prinzipiell, wenn ich das aufrollen müsste, ich hatte mich damals in einem freiwilligen, also bis ich 20 war, war ich auch beruflich überhaupt nicht orientiert, so ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hab auch einen relativ wilden Berufsweg hinter mir, also ich hab erst meine Realschule gemacht, dann hab ich meine Fachhochschulreife nachgeholt und wusste immer noch nicht, was ich mache, hab ein freiwilliges, ökologisches Jahr gemacht, so, war auch ganz interessant, dann hab ich so das Klassische, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, also auch der Erste, der studiert so und Eltern dann immer so, ja, mach irgendwas, was Klassisches, so was, ja gut, was mach ich, was Klassisches, okay, Bankkaufmann, geil. Hab ich Bankkaufmann gelernt, war die absolute Katastrophe, also moralisch war das, wenn ich da länger geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich kaputt gegangen, schätze ich so, von meinem moralischen Kompass her hat das alles überhaupt nicht gepasst und dann wollte ich eigentlich zur Polizei, weil mich Recht und Gesetz immer so ein bisschen interessiert hat, das hat nicht geklappt und dann muss ich mich umorientieren, also dann kam so ein Rückschlag, das wollte ich und sonst wusste ich nicht, was ich will, hatte keinen Plan B, kam so ein Rückschlag und dann hab ich mir überlegt, hm, was machst du jetzt? Studierst du Jura? Studierst du irgendwas anderes? Jura, hab ich mich reingesetzt, war todeslangweilig, holy shit, also Respekt vor jedem, der Jura durchzieht, aber Jura war, keine Ahnung, hätte ich nicht geschafft, glaub ich, das durchzuhalten. Und dann gab es in Kiel einen Studiengang Psychologie mit dem Schwerpunkt Recht, also Rechtspsychologie, Kriminalpsychologie. Das habe ich mir angehört und fand es super interessant, war auch die beste Entscheidung meines Lebens, was Beruf angeht, dann dieses Studium durchzuziehen, weil nicht nur Rechtspsychologie mich interessiert hat, sondern Psychologie allgemein, hab das dann durchgezogen und bin dann im Knast gelandet, so als Psychologe. Genau, und jetzt bin ich hier auf Twitch, rede mit Leuten und das macht mir auch super viel Spaß, weil, also initial war es tatsächlich der Gedanke, ich hatte immer Spaß an wissenschaftlichen Arbeiten, also mir Studien durchzulesen, mir neue Themen zu erschließen, mich da neu reinzuarbeiten und wenn du nachher im Beruf bist, dann hast du das nicht mehr so, so, dann hast du deinen Alltag, deinen Berufsalltag immer so. Also, du bildest dich zwar immer noch spezifisch weiter, aber nicht mehr so großflächig. Da habe ich mir gedacht, wo kannst du das machen? Dann habe ich mit YouTube-Videos angefangen, mich in Themen reingearbeitet, die dann psychologisch aufbearbeitet und vorgestellt und bin irgendwie auf Twitch gekommen und fand das ganz interessant, mit Leuten zu reden, weil Leute auch immer, also die Leute immer Fragen haben, so Fragen, wo ich mir dann denke, okay, durch Studium weiß ich das alles und wieso soll ich das nicht weitergeben? So, die Leute interessiert das, die wollen das wissen, mentale Gesundheit ist so ein Ding, was jetzt vor allem in den jüngeren Generationen Riesenthema ist, so je älter man guckt in die Generation, desto weniger wird das, aber es kommt so in der Gesellschaft ziemlich stark an und durch so eine Gespräche mit dir jetzt auch, denke ich, kann man da vielen Leuten was mitgeben. Ja, das war so mein Impuls dann, mit Twitch anzufangen und dann hat sich das immer so weiter aufgebaut. Das ist doch cool. Ich denke auch, dass das wichtig ist, weil ich sage immer, für manche Dinge muss es Menschen geben, die die richtigen Werkzeuge besitzen und ich glaube, durch dein Studium hast du die richtigen Werkzeuge. Ja, spezifisch darauf auf jeden Fall. Ja, ja. Das denke ich auch. Ja, sollte ich haben. Also wäre zumindest gar nicht so verkehrt. Also ich meine, du hast ja auch deine Gefängnis-Wertzeuge, wenn ich mal einen stereotypischen Witz machen darf, deine, du hast dich ja schon angepasst, sehr gut, du hast ja auch schon Knast-Tattoos, ja, sieht man ja, ganze Arm von oben bis unten. Beide. Du bist schon, oh, du bist angekommen im Gefängnis. Na klar. Du bist quasi Vorbild. Das ist aber tatsächlich ganz lustig, da ich mit Jugendlichen zusammenarbeite und immer lange Hemden trage, aber das natürlich unten irgendwie dann immer rausblitzt so und die das sehen, dann hat man immer gleich eine andere Connection zu den Leuten, weil die sehen so, ah ja und das Wildeste, was ich gehört habe, ja, ich schätze sie jetzt mal ein, also der Gefangene zu mir und sie hatten bestimmt auch eine wilde Jugend. Ich komme ihn so an, wie kommen sie denn jetzt darauf? Er so, naja, sie haben Tattoos und so und sie sind relativ groß, haben eine Glatz und einen Bart. Okay, gut, wenn das schon reicht für eine wilde Jugend, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das, so das Äußere ist viel wert in solchen Kommunikationen, um vor allem bei Jugendlichen dann so eine Beziehung aufzubauen. Ja. Ja. So, aber, ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 2016? Sechs Jahre. Ja. Schön. Ja, doch, genau. Du hast aber auch so eine sehr prägnante und schöne Stimme dafür, die ist so schön warm und brummig. Ich glaube, dass, ich denke, das ist ein gutes, auch ein sehr gutes Werkzeug dafür. Das kann gut sein, ja. Diese beruhigende Stimme, also dieses Beruhigende, das wird mir öfter gesagt, dass meine Stimme sehr beruhigend ist, hm? Ja. Das merke ich auch gerade, das säuselt sich so rein im Kanal und so, ah. Ja, okay. Schön. Schön. Gut. Ja. Herrlich. Gut. Ja, haben wir uns vorgestellt. Fangen wir an mit deinem Thema. Du hast ganz viele Fragen. Du, irgendwie, ihr habt euch was angeguckt im Chat, äh, im Stream meintest du und im Chat hat jemand geschrieben, du musst mal mit mir reden. Ja, genau. Also so ist das. So ging es los. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, aber ich bin ihm sehr dankbar, weil ich glaube, ich habe jemanden, einen werten Kollegen gefunden, mit dem man sich sehr schön über solche Dinge unterhalten kann. Ähm. Ich müsste ein bisschen ausholen dafür. Bitte. Um Leute abzuholen, damit die, äh, da mit reinkommen. Also, bei mir war es so, dass ich letztes Jahr oder die letzten anderthalb Jahre ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben hatte, wo sich sehr, sehr viele Dinge für mich geändert haben. Und wo ich angefangen habe, einige Sachen zu überdenken, was ich früher nicht getan habe. Und so habe ich einen körperlichen Wandel durchgemacht, als auch einen geistigen Wandel. Und mittlerweile, äh, bin ich da auch so ein bisschen eingestellt wie du, dass ich mir Sachen anschaue, gemeinsam mit dem Chat und darüber spreche. Äh, zum Beispiel haben wir uns letztens, ähm, äh, wir haben uns, äh, äh, wie, warte mal, wie ist denn das deutsche, Rissecheur, ich kann das Wort nicht aussprechen. Rissecheur? Rissecheur? Reportage? Ja, ne, ne, ja, das war, frag eine, äh, äh, Pornodirektoren. Ich sag jetzt einfach Direktoren. Ah ja. Und wir haben uns das angeguckt und dann haben wir uns ein bisschen über Pornografie unterhalten, weil Pornografie ja doch sehr glorifiziert wird in der heutigen Zeit und, äh, ich denke auch, dass das einige Weltbilder etwas ändert und ich unterhalte mich mittlerweile sehr viel über solche Themen, um vielleicht mal so einen Erwachsenen-Einblick darin zu geben, dass Pornografie a per se nichts Schlechtes ist, aber auch sehr vieles Schlechtes mit sich bringt, weil Menschen daraus mehr oder weniger ein bisschen auch was Schlechtes machen. Und, äh, so haben wir uns letztens, sind wir von da, frag mich nicht, wie wir da angekommen sind, haben wir uns eine Dokumentation über Hochbegabte angesehen. Und, äh, ich bin keineswegs, möchte ich gleich mal vorweg sagen, Hochbegabte an irgendeiner Stelle, aber ich hab ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Gemeinsamkeiten gesehen, zum Beispiel in Rationalität. Also, der eine hat sich, äh, in der Reportage mit dem Tod auseinandergesetzt oder musste sich mit dem Tod auseinandersetzen und das hat ihn null berührt, also, zumindestens äußerlich und er konnte das wirklich ganz rational runterbrechen, dass das der Zahn der Zeit ist und war nicht traurig, sondern war halt instant damit fein und das war für ihn in Ordnung. Und dann hab ich mir, das war für mich so ein großer Denkanstoß, dass ich mir darüber mal Gedanken gemacht hab, wie ich damit eigentlich umgehe. Und, wenn ich an alle Todesfälle denke in meinem Leben, war das sehr, 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 sehr ähnlich. Also, als mein Großvater gegangen ist, stand ich am Grab, hab gesagt, Ruhe in Frieden und bin gegangen. Und das war fertig. Also, da war nichts mehr. Hat ein schönes Leben gehabt, so, war auch ein, naja, Medium Mensch, möchte ich mal sagen, um nichts Schlechtes zu sagen. Und so geht mir das in sehr, sehr vielen Dingen in meinem Leben. Und das, wie soll ich das sagen, mein Chat findet das manchmal komisch, um es in Kurzform zu sagen. Warum findet dein Chat das komisch? Das ist eine gute Frage, weil ich denke, dass jeder damit ja anders umgeht. Also, für mich gibt's zum Beispiel, ich habe, ich empfinde keine Trauer. Kann man das so sagen? Nee, fast. Weiß ich nicht, kann man das so sagen? Weiß ich nicht, ob das, also keine Ahnung, ob das normal ist oder ob das nicht normal ist, aber ich empfinde keine Trauer. Also, ich trauer nichts hinterher, so wirklich. Was ist Trauer denn für dich? Das ist eine gute Frage, das könnte ich dir nicht mal beantworten. Also, wenn ich jetzt mal, hm, ich versuche das mal in Worte auszukleiden. Trauer wäre, glaube ich, wenn du wie so ein nasser Kartoffelsack auf die Couch fällst und dir so ein bisschen, die, weiß ich nicht, dir den Kopf ausheulst. Ich glaube, so würde ich das beschreiben in meiner Naivität. Also, wirklich so eine starke, so ein wirklich starker emotionaler Zustand, wo du nichts mehr eigentlich zustande bekommst, die ganze Zeit nur noch weinst und dich auf deinem Bett oder auf der Couch irgendwie so zusammengerollt dann vorfindest. Das sind die richtigen Worte, die ich nicht habe, die du gefunden hast. Okay, also so stellst du dir Trauer vor. So stelle ich mir Trauer vor, ja. Gut, aber wir müssen, glaube ich, einfach unterscheiden zwischen der Trauer-Emotion und dem Trauer-Verhalten. Also, du hast ja Trauer, Trauer an sich ist ja ein emotionaler Zustand und den kannst du bei Menschen beobachten, die sich dann unterschiedlich verhalten. Also, die eine Person, die trauert, die weint dann ganz viel. Eine andere Person, die trauert, die weint überhaupt nicht so viel. Die weint vielleicht ab und zu mal. Eine andere Person, die wirklich ein schwerster Trauer ist, die kommt auch nicht mehr aus dem Bett hoch. Da kann man dann auch schon nachschauen. Also, Trauer muss man abgrenzen von einer depressiven Verstimmung. Aber das ähnelt sich dann schon sehr stark. So, der einzige Unterschied ist dann nur noch, dass diese Trauerphase zeitlich begrenzt ist, sodass man da dann wieder nach einer Zeit rauskommt bei einer depressiven Phase. Ist man dann halt im pathologischen, krankhaften Bereich. Deswegen müssen wir, also das ist das Trauer-Verhalten, was du beobachten kannst. Wie fühlt sich denn Trauer für dich innen drinnen an? Was wäre Trauer denn innen drinnen, ohne das jetzt bei jemand anderem beobachten zu können, sondern wirklich als Gefühl? Was fühlt man da? Das sind wirklich, das sind, äh, kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich nicht. Okay. Endlich nicht. Also, ich hab, ich hab bei allem, was ich so erlebt habe, geht's den nächsten Tag weiter. Also, das ist eben das, was ich sage mit dem, mit dem Rationalen, du kannst es nicht ändern so. Es ist in der Vergangenheit, du kannst es nicht ändern. Morgen, morgen ist halt morgen und gestern ist gestern. Also, ich könnte dir das nicht beschreiben. Ich könnte dir das wirklich nicht beschreiben, weil ich das in der Form, also, diese emotionalen Gefühle so noch nie wahrgenommen habe. Mhm. Wobei das eine das andere nicht zwingend ausschließt. Ja. Also, die Rationalität, die du beschreibst, wir haben auf jeden Fall zwei Bausteine hier. Wir haben einmal die Emotion, die Trauer und dann haben wir deine Gedanken, deine Rationalität, die ja losgekoppelt ist von den Emotionen. Und jetzt müssen wir uns fragen, was machst du denn da überhaupt bei schwierigen Situationen? Also, was geht da bei Nils vor? Und jetzt nehmen wir, nimm mal irgendeine schwierige Situation, die du hattest. Welche können wir uns da rauspicken? Oh. Die du auch mitteilen willst, ja. Die ich mitteilen möchte, ja. Äh... Kann auch aus der Kindheit oder Jugend sein. Also, muss ja gar nicht in naher Vergangenheit sein, kann ja auch ein bisschen weiter weg sein. Irgendwas, was du mal erlebt hast oder in ganz jungen Jahren oder um die 20 rum, irgendwas. Ich wurde als Jugendlicher, also, das ist vielleicht schon ziemlich schwer. Meine erste Freundin im jugendlichen Alter, als ich studieren war, hat mich betrogen. Mhm. Ja. Was da in mir vorging. Mhm. Tschüss, viel Spaß, war nett mit dir, auf Wiedersehen. Okay, aber diese Entscheidung muss ja aus irgendwas heraus resultieren. Also, woraus... Na, am Ende des Tages, wenn du, wenn du dir so eine Situation nimmst, kannst du anfangen, darüber nachzudenken, ob du etwas falsch gemacht hast und der Person nicht das gegeben hast, was du, was du, was sie brauchte. So. Und, äh, das kannst du ja runterbrechen zu, äh, zu dir selber und dich fragen, hast du ihr das gegeben? Hast du dein Bestmögliches getan? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann war es einfach, für sie hat es nicht gereicht. So, dass sie quasi, äh, ihre Bedürfnisse erfüllt gekriegt hat. Und wenn das der Fall ist, na, was willst du ja drüber nachdenken, so. Kannst du einen Haken dran machen? Das ist ja auch so ein Denkprozess. Also, bei mir zumindestens, wenn du in einer, äh, zwischenmenschlichen Beziehung dich selber reflektierst und das, was in dieser zwischenmenschlichen Beziehung passiert, und wenn es dann eintritt, weißt du es ja meistens schon. Also, wenn du bewusst deine Beziehung beispielsweise auslebst, merkst du ja schon, dass es kommt. Mhm, ja, klar. Also, war das eine Überraschung für dich damals? Oder war das schon so, hast du mit gerechnet? Nö, ich hab eigentlich drauf gewartet. Weil wir, bei uns war das so, wir, äh, wir haben, äh, aufgrund von, von verschiedenen Jobs mussten wir irgendwann eine Fairbeziehung führen. Und wir konnten uns damals nicht so viel sehen, weil, also ich beispielsweise war Student und ich hab aber auch nicht wirklich sehr viel Mühe da reingesteckt, äh, da hinzufahren. Das war meinerseits, äh, auch ziemlich dumm und naiv, aber was willst du mit Mitte 20 von einem Mann erwarten? Der ist gerade so, der ist noch auf dem Spielplatz des Lebens so. Okay. Gut, dann, also tatsächlich ist dann bei der Situation ja das Problem, dass du überhaupt gar keine so innige, tiefe Bindung mehr zu der Person hattest, um wirklich eine Verletzung auch zuzulassen. Das kann man... Weil du hast, ja, du hast dich selbst ja schon irgendwie dabei, so Fernbeziehung, dich ein bisschen abgeschottet und so und hast nur noch drauf gewartet. So, und dann ist das passiert und dann bist du ja auch nicht mehr verletzt, weil deine Bindung zu der Person war ja auch gar nicht so verfestigt. Mhm. Könnte man so sagen, ja. Okay. Ja, dann ist das relativ einfach zu sagen, ja, okay und tschüss. Und das Problem ist, ich merke sowas sehr, sehr schnell. Also es ist nicht so, es ist nicht so, dass ich, weil ich dieses Warten jetzt gerade gesagt habe, es ist nicht so, als wenn ich das möchte, dass das eintritt, ich kann aber schon spüren, wenn das kommt. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Also dazu müssen wir vielleicht nochmal sagen, dass Verletzungen an sich, also Verletzungen, die Trauer auslösen oder die Wut auslösen, vor allem in Beziehungen, meistens kleinere Verletzungen über die Beziehung hinweg natürlich passieren und am Ende, wenn das plötzlich und überraschend für die eine Person kommt. Also wenn man sich sowieso schon drauf vorbereitet und beide Personen irgendwie sich sowieso schon voneinander distanzieren, dann ist die Bindung gar nicht mehr so fest, dass die Verletzung auch gar nicht so stark mehr sein kann. Das ist meistens so ein Schutzmechanismus, den man dann benutzt, dass man sich nicht mehr so sehr auf die Person einlässt, sondern sich abgrenzt, damit man nicht so stark verletzt wird. Meistens kommt das daher, dass man in der Vergangenheit eine starke Verletzung erfahren hat und sich dann Techniken zurechtlegt, wo man sagt so, ah, hier gehe ich jetzt überhaupt nicht so fest die Beziehung ein, die Bindung ein, damit ich auch nicht wieder verletzt werde, weil dieses Gefühl von damals noch unbewusst im Hinterkopf ist und man das vermeiden möchte. So und das, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir so ist, aber das ist so ein grundsätzliches Ding, weshalb Menschen ja nicht Probleme haben, aber andere Arten von Bindungen und Beziehungen eingehen. Ja. Und das Bindungsverhalten von Menschen passiert so in den ersten paar Jahren, passiert ganz viel mit dem primären Elternteil, also entweder Mama oder Papa oder beiden zusammen in Abwechslung und da wird dann das Bindungsverhalten aufgebaut von den Kindern. Und in dieser kritischen Phase lernen wir das und dann haben wir später eventuell Probleme oder keine Probleme, feste Beziehungen oder Bindungen mit anderen Menschen einzugehen. So. Das lernen wir also von unseren Eltern? Unserem nahen Umfeld, also die, die uns erziehen. Wenn wir bei Oma und Opa aufwachsen, dann lernen wir das von Oma und Opa. Wenn wir das, also unsere festen Bezugspersonen in der Regel sind das unsere Eltern. Ja, dann haben wir wahrscheinlich die Ursache gefunden. Okay. Dann haben wir die Ursache schon einmal gefunden, ja. Aber das ist auch eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle, weil ich bin ohne Mutter aufgewachsen. Mhm. Äh, die ist, also ich glaube mit vier haben die sich scheiden lassen, so in dem Dreh. Ich bin nur mit Vater aufgewachsen. Und Papa war immer sehr laut. Also hilflos laut, weil, was willst du machen, wenn du so ein Sträuch hast in der, ich weiß nicht, 80er, 90er, dann, also weißt du auch, wir waren früher Sträuche. Und Papa war immer sehr laut, also ich habe Wärme nie wirklich so empfangen. Also ich habe mir das abgewöhnt, weil das kam von Großvater her und das wurde über Generationen weitergetragen. Papa hat es besser gemacht und ich habe es jetzt wieder noch besser gemacht. Wird es wahrscheinlich vielleicht daher kommen, ja. Ja, ja, so funktioniert das über die Generation, ne. So jede Generation, die neu aufwächst, die macht es immer wieder hoffentlich ein Stückchen besser, was zumindest den emotionalen Zugang angeht. Und diesen emotionalen Zugang, den lernen wir halt auch während unseres Großwerdens. Also einen emotionalen Zugang zu unseren eigenen Emotionen, die zuzulassen, die zu verstehen und die auch wahrzunehmen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass du jetzt rein rational wirst, denn, also, warte, ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Genau, Rationalität. Machen wir einmal bei der Rationalität. Wir können ja danach nochmal zu deinen Eltern kommen. Oh. Rationalität an sich, was ist das für dich? Rationalität ist für mich, binnen wenigen Sekunden bis Minuten, Entscheidungen zu treffen, weil du das Ergebnis schon kennst und vorbereitet bist auf das Ergebnis. Das ist für mich Rationalität. Und da keine Emotionen mit reinspielen. Okay. Das ist ein ziemlich gutes Bild von Rationalität. Es hat auch lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Meinst du, Rationalität ist immer gut? Absolut gar nicht. Nee. Okay. Also, ich habe da mit Menschen schon sehr wehgetan mit Rationalität. Das weiß ich auch. Dafür habe ich mich über viele Jahre mit Menschen nochmals unterhalten, die in meinem Leben waren, weil das schon wehgetan hat. Mhm. Okay. Wie, also was hättest du in solchen Situationen anders machen können, aus deiner Sicht? Also wie hättest du anders eine Entscheidung treffen können? Zuhören. Statt? Zuhören, statt Lösungsansätze zu bieten. Hm, okay. Ah, ich verstehe. Also in der Kommunikation hast du dann eher das Problem so, jemand erzählt dir was, Partnerin erzählt dir irgendwas so über ihren Alltag, was blöd gelaufen ist und Nils ist dann gleich, so bin ich übrigens auch, also keine Sorge, Nils ist dann gleich und Christoph auch. Zack, hier ist die Lösung. Mach das doch nächstes Mal so und so, dann läuft's besser. Ja. Und dann sagt deine Frau beziehungsweise Freundin, sagt dann, Junge, was ist mit dir? Ja. Ich will, dass du mir keine Lösung gibst. Ja. Ich möchte, dass du zuhörst und Verständnis zeigst. Ja. Das Problem habe ich auch. Ja, ja. Ich habe das erst im letzten Jahr verstanden. Das ist manchmal auch einfach, dass man nur mal zuhören sollte. Einfach mal die Fresse halten und nur die Lauschlappen aufmachen. Man muss nichts sagen, man muss nach nichts aussehen, einfach nur die Fresse halten und den Kummerkasten machen. Ja. Und das hilft. Und ohne, dass man eine Lösung angeboten hat. Das ist tatsächlich auch mein Problem, dass ich auch immer gleich so, ja, dann lass das doch nächstes Mal so machen. Ja. Aber das ist gar nicht das Thema gerade. Genau. So geht mir das auch. Also, ich habe zum Beispiel momentan super viel Schwierigkeiten, dass mir Menschen erzählen, dass ihr Jobkacke ist. Ich kann es nicht mehr hören. Weil für mich ist das super schwierig, nicht zu sagen, wechsel doch deinen Job. Und aber nicht nur wechsel deinen Job, sondern hier ist was, da ist was, das könntest du tun, diese Möglichkeit hast du, diese Möglichkeit hast du. Und es ist für mich sehr schwer, mich da zurückzunehmen. Da ich, ich habe damit ganz große Schwierigkeiten, weil wenn bei mir, und das ist immer, das habe ich auch gelernt, ich kann nicht immer von mir auf andere schließen, weil wir ja alle im Kopf anders sind. Wenn ich ein Problem habe, wird das wirklich bin in Zeitpunkt X, ist das weg. Weil ich habe so dieses ganz große Bedürfnis, also ich nenne das immer gern inneren Frieden. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis nach inneren Frieden. Und wenn ich keinen inneren Frieden habe und mich etwas länger als Zeitraum X aufreg, muss ich das weg. Ich habe da gleich noch ein anderes Wort für dich. Also du kannst es auch weiter innerer Frieden nennen, aber tatsächlich nennen wir das in der Psychologie anders. Ich finde das so schön. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Achtsam Morden, sagt dir das was? Achtsam Morden habe ich schon mal gehört, ich habe es noch nicht gelesen. Ja, da ist auch ein, ich weiß nicht genau die Bezeichnung, ob es jetzt Psychiater, Psychologe oder Therapeut ist, aber da geht jemand zu einer Therapie und es geht da, also die Geschichte ist im Grunde genommen schon sehr, sehr gut aufgebaut, was an dem Buch halt so geil ist, du kriegst in jedem Kapitel, kriegst du quasi umsonst, was hingelegt an Wissen mit dir selber umzugehen, also über Achtsamkeit. Und innerer Frieden spielte da eine sehr große Rolle. Und das einschneidende Erlebnis daran war, ich habe letztes Jahr für mich entdeckt, nachdem ich ein bisschen leichter geworden bin und ein bisschen weniger Körperfülle, dass Baden eigentlich ziemlich geil ist, wenn man sich mal so komplett unter das Wasser tauchen kann und der dicke Bauch nicht immer rausguckt. Und ich lag dann in der Badewanne und ich habe acht Jahre, Christoph, habe ich nur Vollgas gegeben. Also wirklich, es gab nie Bremsen, nur Vollgas. Okay, was heißt Vollgas? Also aufstehen, essen, arbeiten, 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 zwischendurch Hobbys reindrücken, die Hobbys auch noch zu Arbeit und Content verarbeiten, trinken, schlafen gehen. So sahen acht Jahre meines Lebens aus. Und ich habe mich sehr, sehr lange von Menschen diesbezüglich inspirieren lassen, die aber für sich den inneren Frieden gefunden haben, auch mal runterzufahren. Und ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass ich runterfahren möchte. Was nachher auch irgendwann dazu geführt hat, dass durch den ganzen Stress wurde man ein bisschen sickiger. Also nicht lauter, aber ein bisschen, weißt du, man hat halt immer so, das kleinste Wort hat einen so auf die Palme gebracht. Du wirst dünnfälliger, deine Zündschnur wird kürzer. Ja genau, die war so kurz, du hättest nur Hallo sagen müssen und ich hätte dich auseinander erflückt. Und das war auch nicht mehr schön. Und dann lag ich da also in der Badewanne und hörte dieses Hörbuch. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mich so bewusst mit dem Buch auseinandergesetzt. Ich habe mir ein Hörbuch genommen, weil mir das jemand empfohlen hat. Und dann lag ich da anderthalb Stunden in der Badewanne. Es war schon wirklich sehr kalt. Meine Haut sah einfach, also man weiß ja, wie man aussieht, aber es war auf jeden Fall nicht mehr gerade. Es war sehr faltig, es sah aus wie 80. Und ich hörte dieses Buch und ich hörte und hörte und hörte und hörte. Irgendwann ist das Wasser dann abgelaufen und ich lag in der leeren Badewanne und dachte mir so, boah, das ist ja richtig geil. Dir geht nichts durch den Kopf. Du musst nichts machen. Keiner geht dir auf den Sack. Nur du und dein Kopf. Und irgendwann, als ich das so, war dieser Prozess, ging immer weiter und mittlerweile ist es für mich so, morgens auf dem Balkon sitzen mit meinen Katzen und ich habe nichts im Kopf. Wirklich gar nichts. Okay. Und das ist mein innerer Frieden. Und das kam aus diesem Buch, aus diesem Buch heraus über mehrere Lektionen hat man quasi seinen inneren Frieden gefunden. Und deswegen nenne ich das so, weil das halt so ein einschneidendes Erlebnis war und die Wortwahl fand ich sehr schön. Nee, das passt. Zu dem Punkt passt das. Aber du hast noch einen anderen ganz interessanten Punkt, den du benutzt. Also du hast einmal diesen Achtsamkeits- und Dankbarkeitspunkt, den du jetzt in dein Leben gebracht hast und wo du dann auf dem Balkon sitzt mit deinen Katzen zusammen und einfach im Moment bist. Du bist nicht in der Zukunft, du bist nicht in der Vergangenheit, sondern es scheint so, du bist im Moment und kannst das voll und ganz auskosten. diesen Moment mit deinen Katzen und wenn die Sonne auch noch scheint oder was zu essen hast. Ja. So. Das ist tatsächlich auch der Weg, wo wir alle hinkommen sollten, sodass wir Momente am Tag haben, wo wir wirklich im Hier und Jetzt sind, weil uns das vom Stresslevel ziemlich stark runterholt. Ja. Das, was du noch hast, ist aber radikale Akzeptanz bezogen auf deine Rationalität. Also du triffst ja anscheinend sehr rationale Entscheidungen, weil der, ja, ob der Zugang zu deinen Emotionen jetzt, also du gehst auf jeden Fall lieber den gedanklichen Weg als den emotionalen Weg. So, das kann man, glaube ich, sagen. Und die Rationalität bezogen auf Probleme, die du hast, äußert sich in radikaler Akzeptanz. So, du hast ein Problem und du siehst, dieses Problem lässt sich nicht ändern, ja, dann akzeptierst du es und gehst weiter und kümmerst dich auch nicht weiter darum, weil du kannst es ja eh nicht ändern, beziehungsweise triffst du die Entscheidung dann, den einen Weg, der übrig bleibt, zu gehen. So, und machst dir dann auch keinen Kopf mehr darum. Andere Menschen, die zerdenken dieses Problem. Also du hast dann ein Problem, was du nicht ändern kannst. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein ganz großes Problem nehmen, was wir alleine nicht ändern können, Klimakrise. So, Klimakrise könnte man jetzt sagen, so, wir können uns natürlich im Konsumverhalten anpassen, wir könnten in der Politik was machen, wir könnten demonstrieren gehen oder oder oder, aber wir können das Problem als einzelne Person, als Individuum nicht komplett lösen. So, das funktioniert nicht. Und jetzt kann man entweder dieses Problem immer und immer wieder zerdenken und dann in so eine Angstspirale kommen, Klimaangst, gibt tatsächlich schon einen Begriff dafür oder, und das wäre der Begriff der Akzeptanz, wir haben Lösungsmöglichkeiten, wir ändern unseren Konsum, wir gehen in die Politik oder oder, machen das und akzeptieren, dass wir nicht in dieser Machtposition sind, jetzt umwälzende Entscheidungen zu treffen und den Kohleausstieg jetzt beispielsweise zu beschließen. Ich glaube, das sind wir alle nicht, die im Chat nicht, wir beide nicht, so. Aber alles zusammen. Alle zusammen. Na, sind wir, glaube ich, auch noch zu wenig. Naja, da ist ja, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, weil das ist immer so mein Mindset, wenn ich einen bewegen kann, der wiederum einen bewegen kann und wir immer so weitermachen, haben wir Fibonacci. Und deswegen, das ist so meine Akzeptanz dafür, bei dem Thema zum Beispiel, wenn ich einen bewegen kann, der bewegt den nächsten und dann geht das immer so weiter und irgendwann sind wir ganz viele und dann können wir das Problem angehen. So sieht's aus. Ja, das ist tatsächlich so. Aber du kannst es nicht jetzt akut lösen. Nee. Du kannst immer diese Motivation, diesen Anschritt machen, das meinte ich damit. Du kannst jetzt nicht sagen, so, ich löse das Problem jetzt. Ja. Und das scheinst du auch bei so Alltagsproblemen zu haben, so wie ich das verstanden habe. In allem. Es ist in allem. Wirklich in allem. Das ist ganz verrückt. Also ich habe das das letzte Jahr kennengelernt und auch immer bewusster, wirklich in allem. Das ist, also ich finde es persönlich sehr hilfreich. in Beziehung mit anderen Menschen zusammen, schwierig. Weil dadurch können wenig, also man kommt, man kommt sich auf dieser emotionalen Ebene schwierig näher, möchte ich sagen. Weil wenn dir, also, um jetzt, ich versuche dir meinen Kopf zu öffnen. Beispielsweise, wir führen beide ein ganz langes Gespräch und du hast wirklich Dinge, die dich bewegen, schon seit geraumer Zeit. Währenddessen du mit mir redest, habe ich dein Problem schon akzeptiert und denke mir so, warum reden wir denn eigentlich noch darüber? Und das geht halt so, schon nach zwei, drei Sätzen geht das schon los. Also, das ist halt auch das Beispiel mit Trauer, wo, warum ich damit so ganz, ganz, ganz schwer umgehen kann. Das, wenn mir jemand, ja, wie soll ich das beschreiben, wenn mir jemand sein Herz öffnet, was ich, ich höre gerne zu, sehr, sehr gerne. Ich denke mir aber nach zwei Sätzen schon, das ist aber, das ist der Lauf der Dinge so. Und dann kommt die erste Frage, da hat er ein schönes Leben gehabt, wenn du die mit Ja beantwortest, Thema beendet. Durch. Hat ein schönes Leben gehabt, tippitoppi. Wir hüpfen alle irgendwann rein. Die Trauer, die du bis jetzt mitbekommen hast, also dein Großvater hattest du ja schon gesagt, wo jetzt natürlich, also bei Trauer ist immer die Frage, wie stehe ich zu dieser Person? Was für eine tiefe oder nicht tiefe Bindung habe ich zu dieser Person, wenn diese Person dann stirbt? Und wenn ich jetzt eine sehr tiefe, innige Bindung habe, nimmt mich das natürlich trauertechnisch mehr mit, als wenn die Person irgendwo außerhalb meines emotionalen Kreises steht. Deswegen sind auch, wenn jetzt, also je näher die Person kommt, desto schlimmer wird es für uns. Je weiter die Person weg ist, die sterben, desto weniger juckt uns das. Deswegen sind ganz viele Tode, zum Beispiel in Afghanistan, so, die bekommen wir mit, aber da trauern wir jetzt nicht großartig drum, weil das relativ weit weg ist. Wenn jetzt Mama oder Papa sterben und wir eine sehr innige Beziehung zu denen hatten und die als sehr liebevolle Eltern wahrgenommen haben, dann trifft uns das natürlich schon härter. Auch wenn wir sagen so, ja, das ist der Lauf der Dinge. So, dann ist immer noch die Frage, wie stehe ich zum Thema Tod? Die meisten haben eher Angst vor dem Tod. Die vermeiden das Thema eigene Sterblichkeit und den Tod eigentlich. Und es gibt einige wenige, die haben das Thema Tod akzeptiert und sagen sich, okay, der Tod gehört mit dem Leben irgendwie dazu. Irgendwann sterben wir alle. Und wenn das dann soweit ist, dann ist das soweit. Was nicht heißt, dass die Leute nicht trotzdem berührt, wenn ein tief verbundener Mensch geht und man keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen haben kann, außer über Gedankengespräche in Himmel, wenn man daran glaubt oder sonst wohin. Jetzt ist die Frage natürlich bei dir. Gab es in der Vergangenheit schon mal Verluste, wo du sagst, diese Person, da hatte ich eine sehr tiefe Bindung zu? Also mit den Personen, das waren für mich Herzensmenschen. Ja. Okay. Ich versuche das auch ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, dass du das vielleicht verstehen kannst. Ich habe in der Schulzeit und auch im Studium einen sehr guten Freund gehabt und wir waren damals ganz, ganz viel unterwegs in so einer Clique und das ist auch der, mit dem ich nach Dresden gegangen bin, um zu studieren. Mhm. Und nach dem Studium ist er ein Jahr nach München gegangen, um dort bei BMW zu arbeiten. Also der hat das Studium abgeschlossen, was ich angefangen habe und nicht beendet habe. Und irgendwann war ich Content Creator und wir saßen gemeinsam am Tisch und da ging es schon los, dass er mir die ganze Zeit so Getränke geben wollte mit Alkohol und ich sollte unbedingt was trinken. Und da habe ich schon keinen Bock drauf gehabt. Und man muss dazu sagen, wir waren 25 Jahre befreundet. Wir haben sieben Jahre zusammen gewohnt. Und das ging immer weiter mit so einem Gestichel und das war irgendwann so ein bisschen von oben herab geredet und ich bin aufgestanden und habe gesagt, wir werden uns nie wieder in unserem Leben sehen, weil du gehst mir einfach nur auf den Sack mit deinem Scheiß. Halt dein Maul. Okay. Du hast keine Ahnung und dann bin ich gegangen. Und dann war 25 Jahre Freundschaft, waren vorbei. In diesen Worten habe ich das damals gemacht, was nicht gut ist, also was ich definitiv nicht, äh, was ich nicht schön finde. Ich hätte es, äh, heute würde ich das umformulieren, aber, also, nee, das geht für mich nicht. Und das war dann auch an dem Punkt vorbei. Weil sich das auch immer viele Jahre so ein bisschen angestaut hat und ich mag das nicht, wenn Menschen immer so an einem rumfummeln wollen und dir irgendeinen Scheiß aufdrücken möchten und dich als Mensch nicht so nehmen, wie du bist, sondern da immer dran rumdoktoren wollen. Ja, und dann habe ich, äh, 25 Jahre Freundschaft, in 30 Sekunden war es vorbei. Den habe ich seitdem nicht mehr gesehen und auch nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis danach. Wenn wir uns über die Straße, also auf der Straße über den Weg laufen, sage ich, hallo, frage, wie es dir geht und dann war es das, weil das geht nicht. Dafür habe ich auch keine Akzeptanz. Ja. Und das lag nur an diesem einen Abend? Ja. Vorher ist nichts tatsächlich, das hat sich nicht angebahmt oder so, sondern das war von jetzt auf gleich. Nö, das war, man hat halt so sein Leben zusammen gelebt, man kennt sich ja und man hat sich kennengelernt und über die Jahre, man hat immer als Freunde, hat man ja Reiberei gehabt. Das ist ja völlig normal. Aber irgendwann, also für mich war das dann auch ganz klar, dass wir so, er fühlt halt in der jugendlichen Zeit, konnte ich mein Zocker da sein oder dass ich gerne spiele, konnte ich nie ausleben, weil meine Freunde immer so, was soll die Scheiße, geh weg vom Computer, dies, das, ananas. Und ich glaube, dass genau an diesem Zeitpunkt, in diesem Moment ist mir bewusst geworden, dass mir das eigentlich scheißegal ist, was die Leute von mir wollen. Und das war so ein Ausbruch für mich, zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal im Arsch lecken. Dann geht halt einfach. Aber ich lasse mir von euch jetzt nicht ständig sagen, dass Computerspielen scheiße ist oder ich in meinem ganzen Leben niemals damit irgendwie Geld verdiene oder was auch immer. Jetzt ist Schluss. Und genau an dem Punkt war ich in diesem Moment und dann bin ich aufgestanden und ab daran habe ich gesagt, jeder, aber auch wirklich jeder, der das in meinem Leben versucht und das nicht in irgendeiner Form konstruktiv gestaltet, in einem vernünftigen Gespräch, verschwindet aus meinem Leben. Und das war der Anfang. Und da waren mir auch die ganzen Jahre, war mir da egal. Und das ist mir heute bei so vielen Dingen, ist mir das auch bei Freundschaften, wenn deine Freunde dich nicht unterstützen möchten in deinem Vorhaben, also ich meine, man kann ja seine Bedenken äußern und sagen, du, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee und dann kann man sagen, hey, das hier wäre so ein Zwischending, lass mal das vielleicht versuchen gemeinsam, dann ist das ja in Ordnung. Aber alles andere verschwindet aus meinem Leben, wirklich. Da habe ich gar keinen Nerv zu. Weil mich das halt, das stört meinen inneren Frieden. Und der ist heilig. Mein innerer Frieden ist seit letztes Jahr heilig. Da kommt, also sobald einer versucht, in meinen inneren Frieden reinzukommen, dann fahren wir acht, dann fahren wir wirklich Schlitten. Und Schlitten heißt eigentlich, wir reden einmal, wenn du es beim ersten Mal nicht verstanden hast, beim zweiten Mal ist es Feierabend. Okay, gut, das kann ich verstehen. Ich kann, glaube ich, auch besser verstehen. Also, du stellst es natürlich so da mit diesen 25 Jahren, zack und gekappt. Aber ich glaube, es war ein schleichender Prozess, zumindest so, wie es sich anhört. Es waren immer diese kleinen Verletzungen so. Du wirst nie so akzeptiert, wie du eigentlich gerne sein wollen würdest in einem Freundeskreis. Und dann hat sich das immer weiter, bis du dann den Entschluss gefasst hast, so. Also, wer jetzt nicht sagt, das ist cool, was du machst, Nils, sondern immer noch sagen muss, ändere dich und mach das so, wie wir das wollen, der wird abgesägt. Ja. Ja, okay. Und als du das gemacht hast, wie hast du dich danach gefühlt? Unfassbar befreit. Unfassbar befreit. Also, ich hab danach, hab ich mein Sabbatjahr gemacht, indem ich dann angefangen hab zu streamen. Und ich hab das erste Mal Menschen kennengelernt, die meine Hobbys und meine Interessen teilen. Und ich nicht auf irgendeiner doofen Studentenparty, wo alle Sternenhagel voll sind, mich über scheiß BWL-Sitzungen unterhalten musste. Oder über irgendwelchen anderen belanglosen Scheiß, der mich sowieso nicht interessiert. Weil ich möchte ja in meiner Freizeit, also ich persönlich, da ist ja jeder ein bisschen anders, ich möchte nicht in meiner Freizeit über mein Studium reden, so. Studium-Zeit ist halt Spaßzeit. Und ab da an, da hat's bei mir, ich hab wirklich da, das war so, als wenn ein riesiger Stein so vom Herzen gefallen ist und man sagen konnte, boah, jetzt flieg los, kleiner Phönix. Let's go, erkundet die Welt. Ja, cool. So ein Ding war das, ja. Ja, dann war das ja aber auch gar keine Zeit zu trauern. So, dann war das ja eher eine Zeit der Erlösung, der Freiheit, der Freude. Ja. So, eher positiv. Ja, schon. Okay. Gut, verstehe ich. Also, Positivität spielt für mich halt immer eine ganz große Rolle, weil ich ganz oft, also zumindest hab ich ganz oft das Gefühl, dass Menschen sich, ich weiß nicht, ich beschreibe das mal, dass sie sich so ein negatives Gefängnis bauen, also in ihrem eigenen Kopf. Und ich möchte mir aber seitdem, also wirklich seit dem, seit dem Tag, seit genau diesem Moment möchte ich dieses Gefängnis nicht errichten. Hm. Okay, das, ja gut, wobei, da müssen wir einmal vielleicht bei Persönlichkeit anfangen. Ja. Warst du schon immer eher so ein positiver Mensch? Also immer eher jemand, der das Positive für sich zumindest im Blick hatte, wenn es ihm möglich war? Nee, ganz und gar nicht. Nee. Also. Seit wann hat sich das geändert? An dem Tag. Auch an diesem Tag. Hm. Also ich. Okay. Oh. Wie, also. Ich hab mal, ne, also bis, bis zu diesem Tag hab ich wirklich eine extreme Kodderschnauze gehabt. Also Scheiße war, das Wort Scheiße ist noch das Unverblühende, also ich hab jetzt nicht mit den Haarwörtern um mich geworfen und so, aber ich war immer ein sehr direkter und ein sehr lauter Mensch. Hm. Und manchmal blitzt das noch durch bei mir, also merkst du ja auch, wenn ich mal erzähle, rutscht mir schon mal ein Kraftausdruck raus, was ich nicht möchte, also doch, es gehört zu mir, nicht aber so übermäßig, wie es damals war. Und das spielt schon wirklich eine große Rolle für mich, dass ich an der Stelle sehr viele Dinge sehr schlecht gesehen habe. Aber auch bei meinen Freunden hab ich immer so, genau das, was sie bei mir gemacht haben, ist dann unterbewusst bei denen auch passiert. Also, dass man die auch immer ausgebremst hat und alles war immer Kacke und Ding. Ach, okay. Also man hat sich so gegenseitig runtergezogen, meinst du? Genau. Und alles, was ich nicht wollte, hab ich bei den anderen aber eigentlich auch getan. Also total bescheuert eigentlich. So, das hab ich irgendwann aber abgelegt und genau an dem Tag, als ich da wirklich aufgestanden bin, hab ich gesagt, nee, jetzt ist wirklich, jetzt ist Schluss damit. Also, ich möchte ja, ich möchte ja mit Menschen zusammenarbeiten, die, was heißt zusammenarbeiten? Ich möchte mit Menschen zusammen was erreichen, was Schönes machen. Für mich hat das aber auch von dem Zeitpunkt, von dem wir gerade gesprochen haben, da war ich 25. Das heißt, bis heute, bis ich 37 bin, hat das gedauert, um zu verstehen, warum ich da eigentlich aufgestanden bin und was Positivität eigentlich bedeutet. Weil auf dem ganzen Weg der sieben Jahre, nee, wie viele sind das? Mehr. Aber es sind schon ein paar mehr als sieben. Es hat 13 Jahre gedauert, bis heute, um das zu artikulieren, was ich jetzt gerade artikuliere und das auch so umzusetzen. Ganz schön bescheuert. Nee, das ist ganz oft so. Das ist ja tatsächlich, also dieses, das war ja, also wir treffen Entscheidungen aus drei unterschiedlichen Perspektiven raus. Du kannst die Entscheidung aus deiner rationalen Sicht raustreffen, rationale Entscheidung, sehr wenig Emotion drin, sondern so, was ist jetzt gerade so der Vorteil für mich aus einer egoistischen Perspektive, das Beste. Was wäre das Beste? Ich sage jetzt, rational wäre es das Beste, diese Schnäppchen jetzt zu kaufen, aber eigentlich brauche ich diese Schnäppchen gar nicht. So wäre also unvernünftig. Der zweite Grund, nämlich eine Vernunftsentscheidung. Also wir haben rationale Entscheidungen, Vernunftsentscheidungen und Bauchentscheidungen, also emotionale Entscheidungen. Und oft sind rationale Entscheidungen zwar kurzfristig gut, langfristig bringen sie dann aber eventuell den einen oder anderen Nachteil mit sich. Das haben wir auch oder habe ich im Knast relativ häufig, wenn die Jugendlichen dann kommen. Die treffen dann sehr oft auch Bauch- und emotionale Entscheidungen, aber auch ab und zu so eine rationalen Entscheidung, wo sie dann in einen Laden gehen, Sachen klauen, um sich Geld für ihre Abhängigkeit, für ihre Drogen zu holen. Das ist rational aus ihrer Sicht gesehen das Richtige, was sie machen, um ihre Drogensucht zu befriedigen. Langfristig gesehen ist das natürlich kompletter Quatsch. Also Vernunft, was die Vernunft angeht, ist das komplett am Ziel vorbei. So für ihr Glück, für das Gefängnis vermeiden und für ihre Abhängigkeit auch. Sodass das jetzt so funktioniert, wie es funktioniert, liegt leider an der Sucht. Das ist aber ein anderes Thema für sich jetzt. Und jetzt müssen wir überlegen, in der Situation hast du eher eine Vernunftsentscheidung getroffen als eine rationale Entscheidung. Als du vor 25 Jahren gesagt hast, so ich kappe das jetzt, war das eine Vernunftsentscheidung. Vernunftsentscheidungen sind meistens so, dass du über ein Thema länger nachdenkst, dann Zeit verstreichen lässt und dann oft intuitiv handelst. So und du hast jetzt über einen langen Zeitraum immer wieder Gelegenheit gehabt zu merken, so das funktioniert nicht, ich werde eingeschränkt in meiner Freiheit, ich habe nicht hundertprozentig die Kontrolle über das, was ich tue, die ich gerne haben will, weil meine Freunde mich da irgendwie blockieren. Und ich blockiere meine Freunde, so wir schmeißen uns gegenseitig Steine in den Weg. Und dann ist, aus welchem Grund auch immer, als du 25 warst, zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung gekommen, wahrscheinlich deswegen, weil du schon einen langen Zeitraum vorher bewusst und unbewusst über dieses Problem nachgedacht hast. Und dann intuitiv aus deinem Bauch heraus diese Vernunftsentscheidung gekommen ist. So, das heißt jetzt aber nicht, dass wir gleich immer verstehen müssen, was das bedeutet für uns, wenn wir so eine Entscheidung treffen. Das ist vielleicht für uns die richtige Entscheidung, für dich war sie es auf jeden Fall, wie man heute sieht. Aber um das alles nachzuvollziehen, was da passiert ist, weil ja ganz viel unter der Oberfläche ist, ganz viel ist unbewusst vonstatten gegangen, gar nicht in deinem Bewusstsein, müssen wir uns hinsetzen und darüber nachdenken. Was habe ich da jetzt überhaupt gemacht? Was ist da passiert? Wieso ist das jetzt? Wieso fühle ich mich so gut dabei? So, was passiert hier gerade? Und das hast du jetzt gemacht, die letzten 13 Jahre. Dich hingesetzt und anscheinend zu deinem inneren Frieden gefunden. So, indem du Bücher gelesen hast, indem du dich mit dir auseinandergesetzt hast. Andere Lebensereignisse sind auch noch mit dazu gekommen, die dich auch nochmal in eine gewisse Richtung dann geschoben haben. Und all das zusammen hat dann dazu geführt, dass du deine Vernunftsentscheidung besser nachvollziehen konntest. Macht das Sinn? Ja, sehr. Das ergibt Sinn, ja. Stimmt, ergibt Sinn, nicht macht Sinn. Sinn kann man nicht machen, aber das ist okay. Ja. Das stimmt. Aber ich bin ja auch kein Deutschlehrer, deswegen. Eben, du bist der Thüologe, mein Guter. Wir müssen uns ja jetzt hier wegen so ein Lappalien nicht, ne? Ja. Ja, super interessant. Ich habe jetzt immer noch kein, also ich... Du brauchst noch ein Beispiel. Ja, ich habe ein grobes Bild jetzt von deinen Entscheidungsprozessen und ich habe ein grobes Bild davon, was für einen krassen Weg du bis heute gegangen bist. Aber ich habe immer noch keinen Zugang zu deinen Emotionen. Okay, pass auf. Das eine Thema, worüber wir beide letztens gesprochen haben, ja? Mhm. Kurz. Wir machen das nicht auf. Ich möchte das, ne? Also wir machen, wir fahren das nicht groß auf, aber ich glaube, wir können das nehmen, weil ich glaube, das ist das, was du suchst oder jetzt gerade nicht suchst, aber das, was du gerne, nee, was du brauchst, um zu verstehen. Das kann sein, ja. Ich war letztes Jahr unsterblich verliebt. Das allererste Mal in meinem Leben. Also wirklich mit allem Pipapo. Und anhand dieser Situation bin ich als Mensch sehr gewachsen. Und zwar extrem gewachsen. Und nicht in der Form, dass die gegenüberliegende Partei an mir rumdoktern wollte, sondern ich das selber wollte. Und das hat zu ganz vielen Dingen geführt mit Überdenken, mich mit mir auseinandersetzen, Bücher hören, Gewicht zu verlieren und so weiter und so fort. Ich weiß noch sehr genau, wir, also wir beide mussten unsere Wege gehen, weil das Leben das gerade nicht anders zulässt. Ich wusste, dass das kommt. Und ich war da schon Monate vorher darauf vorbereitet. Und ich habe auch an dieser Stelle nur darauf gewartet. Ich persönlich war damit völlig fein und d'accord. Ich habe meine Ansichten und Gefühle für den Menschen nie verloren. Ich wusste aber, dass es kommt. In dem Moment, als es gekommen ist, war ich schon, ich war bereit. Also ich war bereit, dieses Gespräch zu führen. Ich hatte jeden Satz, jedes Wort, jeden Gedanken, es lag alles parat. Wirklich, instant war es da, um dieses Gespräch zu führen. Das ist auch das erste Mal, dass ich für einen Mensch, wie soll ich sagen, gekämpft habe. Ich weiß, Kämpfen ist immer so, das falsche Wort, das hört sich immer so nach Erzwingen an. Das war aber nicht per se Erzwingen, sondern man wollte halt das erste Mal zu mich, für mich war das so, ich wollte das erste Mal da sein für jemanden, so wie er es gerade brauchte. Mit Zuhören. Und nicht mit Lösungsansätzen, sondern wirklich da zu sein, um ihm das abzunehmen. Die Möglichkeit bestand dann aber nicht mehr. Und ich war wirklich an dem, also ich war nicht traurig. Ich habe wirklich, ich kann mich noch dran erinnern, ich habe wirklich versucht zu weinen. Ich habe es versucht, weil ich gesagt habe, Mann, jetzt guck doch mal, ob die Emotion in dir drin ist. Es ist nie was gekommen. Und es hat mich wirklich nicht lange bewegt. Und mit nicht lange meine ich einen halben Tag. Ich, wie gesagt, ich war bereit für dieses Gespräch. Es war, es lag mir auf den Lippen. Und ich war wirklich unsterblich verliebt. Unsterblich. Ich hätte ein scheiß Schloss gebaut. Wie fühlst du dich dabei, wenn du darüber redest? Eigentlich sehr gut. Weil ich das Gefühl habe, dass es eventuell anderen Menschen helfen könnte. Und deswegen rede ich auch nur darüber. Okay. Ja, ich meinte jetzt aber eigentlich eher in Bezug auf dich selbst. Nicht auf andere Menschen, sondern, das verstehe ich, aber in Bezug auf dich selbst. Ziemlich stark. Willensstark, glaube ich, ist das richtig geworden. Was mir da so in den Sinn kommt. Okay. Das ist halt so dieses innere Frieden-Ding. Der innere Frieden ist für mich halt so heilig, dass mich auch das da nicht rausholt. Ich beschreibe das immer gerne mit so einer Grenzentheorie. Das ist meine Grenze. Und sobald ich nicht hier runterfalle unter diese Grenze, ist für mich alles fein. Sobald ich dort eindringe, ist um mich rum alles egal, weil ich möchte wieder über diese Grenze drüber, weil das ist meine Komfortzone, wo ich anderen Menschen beispielsweise auch was abnehmen kann und mich wohlfühle. Und das hat sich bei mir so sehr eingeprägt, dass auch das, also auch solche wirklich sehr einschneidende Erlebnisse, und ich weiß auch, dass das sehr, sehr einschneidend ist, dass mich das nicht bewegt. Nicht lange. Oder sagen wir mal so, mein Kopf das alles schon fertig gedacht hat. Da widersprichst du dir jetzt aber. Inwiefern? Mit dem Nicht-Bewegen. Also mein, also was ich mit Bewegen meine, oder was ich in dem Moment mit Nicht-Bewegen meine, ist, dass ich keine, keine Trauer empfinde, oder mich das jetzt wochenlang runterzieht, das meine ich damit. Also bewegt es dich emotional gar nicht? Nee. Aber du hast doch gerade was Emotionales gesagt, oder nicht? Dieses schon eher positivere Gefühl von Willensstärke, Willenskraft. Genau. Oder würdest du das nicht als Gefühl bezeichnen? Ich glaube, es ist eher so eine Charaktereigenschaft. Aber eine Charaktereigenschaft kannst du nicht fühlen. Okay, das klingt, ja, das klingt einleuchtend. Ja, dann ist es ein Gefühl, okay, ja. Für mich ist das immer so, wenn wir das labeln müssten, geht das in die Richtung Charaktereigenschaft. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht, das ist ein Gefühl, ja. Ja, ist ein Gefühl. Ja. Also habe ich doch was gefühlt. Ja, okay. Anscheinend. Ja. Also um das nochmal, um meinen Gedanken dazu aufzurollen. Ich hatte dich ja gefragt, was fühlst du dabei? Und du hast gesagt, so irgendwie Willensstärke würde ich es beschreiben. Und eher etwas Starkes. Und das ist ja meistens eher so ein pushendes Gefühl. So etwas, was mich nach oben zieht, was Positives. Und wenn du dann darüber redest, dann bewegt dich das ja schon. Nur nicht, wenn wir jetzt mal oben und unten nehmen, nicht nach unten in eine negative Zone, sondern eher in eine positive Zone. Weil du siehst, was für Sachen daraus entwachsen sind. Also was du für dich selbst geschafft hast und was das dann alles nachher für einen Einfluss hatte. Deswegen, ich würde, also aus meiner Perspektive musst du natürlich sagen, denn du sitzt bei dir im Körper drin, nicht ich. Ja. Dass sich das schon anhört, als wenn es was gefühlsmäßig zumindest schon bei dir auslöst. Okay. Also eher was Positives. Ja. Wobei man erwartet, es wäre was Negatives, aber es bewegt dich ja dann schon in eine Richtung. Äh, ja. Ja. Klar. Also du kannst auch Nein sagen. Nee, also natürlich. Ich meine, das, sagen wir mal, das Positive, was dabei rauskommt, ist, dass ich mich in der ganzen Zeit, also natürlich nicht so intensiv wie du und deinen Werkzeugen mit Menschen auseinandergesetzt habe. Mhm. Also ich habe, was sehr positiv ist an der ganzen Sache, so viel Empathie mitgenommen, weil mir, weil mir der Mensch natürlich so wichtig war, dass ich mich versucht habe, in andere Menschen reinzuversetzen, um zu gucken, wie man dann eventuell mit anderen umgeht. Also beispielsweise ist ja für mich auch ein ganz großes Thema, wobei ich absolut nicht das Wissen und die Werkzeuge habe wie du, ähm, setze ich mich auch mit einer Jen, also mit der habe ich den Podcast, da hast du ja auch gehört, dass ich mich mit der ganz viel auseinandersetze, um mit, anhand von Jen, mit einem, also wo depressive Anzeichen da sind und sie auch in Therapie ist oder zu einem Therapeuten gehen, zu versuchen, diese Menschen wahrzunehmen und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eventuell im Kopf vorgeht. Das habe ich jahrelang gar nicht gemacht. Mhm. Und das ist für mich so, jetzt gerade aktuell, lerne ich auch immer mehr, ähm, lerne ich auch immer mehr, dass wir alle so unterschiedlich im Kopf sind, dass es schwerfällt, äh, dass es schwerfällt, seinen Gedanken, seine Gedanken mit denen zu teilen und zu erwarten, dass sie das auch so sehen. Mhm. Okay. Also wenn ich jetzt beispielsweise, früher habe ich immer gesagt, ja, da musst du halt einen Arsch hochkriegen, da musst du halt mal was machen. Heute würde ich das am, also zu keinem Menschen würde ich das sagen, sondern ich würde eher fragen, wo sind denn deine Schwierigkeiten oder was fällt dir denn gerade schwer, um einfach den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu öffnen und sich zu befreien sozusagen. Also nennen wir es jetzt mal befreien, ne, das ist ja, mir fällt gerade kein anderes Wort dazu ein. Ja, okay. Okay, ähm, zwei Worte zur Therapie und Depression. Prinzipiell Therapie machen psychologische PsychotherapeutInnen, beziehungsweise PsychiaterInnen. So PsychiaterInnen sind gelernte ÄrztInnen, die dann ihren Facharzt im, im Bereich Psychologie machen. Das sind auch die, die Medikamente dann nachher verschreiben. PsychotherapeutInnen sind die Personen, die nach dem Studium, zumindest nach dem alten Modell, noch eine Ausbildung machen, drei bis fünf Jahre, die sie auch selbst zahlen müssen, um dann Therapie anbieten zu dürfen. Ich bin Diplom-Psychologe. Ich habe in Anführungszeichen nur das Studium gemacht, das auch schon viereinhalb Jahre geht. Jetzt mittlerweile ist seit irgendwie einem Jahr oder so ein neues Konzept aufgelegt worden, dass man gleich schon Psychotherapie studieren kann, ohne das Psychologiestudium vorweg zu machen. Das ist in der Kritik und so, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Wenn ihr Depressionen habt, sucht euch Hilfe, denn tatsächlich ist Depression eine psychische Störung und von außen auch leihenhaft. Also ich finde es super, dass du darüber redest und versuchst, dich reinzufühlen und auch, dass ihr zusammen da neue Wege geht und so und finde es auch gut, dass Jen dann in Therapie ist und da sich auch die Unterstützung holt, denn wenn ihr wirklich eine Depression habt, dann ist das der sinnvollste Weg. Also eine Depression ist wie ein Beinbruch, jetzt ganz platt gesprochen, mit einem Beinbruch geht ihr auch zum Arzt, mit einem Beinbruch versucht ihr nicht irgendwie das Zuhause selber zu schienen und so sollten wir auch mit psychischen Störungen umgehen. Also wenn ihr eine Depression habt, Angststörung oder sonst was, dann holt euch da wirklich bei Fachpersonal Hilfe. Das, was du machst, finde ich aber aus dem Grunde so gut, weil es Stigmatisierung und Vorurteile aufbricht. Also du hattest ja selber gerade schon dieses Vorurteil gesagt, ja dann krieg doch mal deinen Arsch hoch, sei nicht so faul, mach mal was. Wenn ihr eine Depression habt, funktioniert das nicht. Ja, dann ist man nicht faul, faul ist sogar eine ziemlich schlimme Beleidigung für jemanden, der depressiv ist, weil Depression die Symptome hat, dass man halt gerade nicht mehr in Tritt kommt. So, Depression nimmt euch das, was ihr braucht, um zu kämpfen, nämlich euren Kampfeswillen. So, wenn wir schon beim Thema Kämpfen sind. Euer Kampfeswille wird halt durch die Depression, der wird halt genommen. So, ihr habt keine Energie mehr, ihr fühlt euch, ihr fühlt euch schlecht, sehr viele negative Emotionen, ihr macht euch selbst Vorwürfe, ihr werdet runtergezogen, ihr habt Schlafbedürfnis, es kommt immer drauf an, aber so diese ganzen Sachen, die eigentlich, die ihr dazu braucht, um den Arsch hoch zu bekommen, ja und mal ein bisschen Sport zu machen oder spazieren zu gehen, werden euch durch die Erkrankung, durch die Störung, werden euch genommen. Okay, und deswegen ist das immer sehr fatal, wenn man zu Leuten mit einer Depression sagt, ja dann mach doch mal, grinst doch mal, lach doch mal, sei doch mal wieder fröhlich oder das funktioniert halt nicht. Und deswegen finde ich das super von euch, dass ihr das in eurem Podcast auch besprecht so und dass ihr da halt auch einen Einstieg für Leute, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil sie damit glücklicherweise noch keine Berührung hatten oder sonst was, einen Einstieg bildet, dass die Leute das dann vielleicht versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen. Denn mir ist auch klar, wenn man noch keine Depression hatte, also wenn man selbst noch nicht in dem Zustand war, dann kann man das auch nicht zu 100% nachvollziehen. Wir sagen immer, über Empathie versuchen wir uns in das Gegenüber rein zu versetzen und das klappt auch bis zu einem gewissen Grad, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Wir können nicht 100%ig raus aus unserer Haut und rein in die Haut des anderen. Das funktioniert nicht zu 100%. Wissen heißt nicht immer gleich fühlen. Wenn man etwas weiß und nachvollziehen kann, bedeutet das nicht, dass wir es gefühlsmäßig auch nachvollziehen können zu 100%. Und eine Depression an sich, wenn man selbst nicht daran erkrankt ist und selbst diese Phasen nicht durchmacht, dann kann man es verstehen, ja, man kann es wissensmäßig nachvollziehen. Gefühlsmäßig wird es schwierig. Also man kann Brücken bilden über Trauer vielleicht oder mal über eine Zeit, wo man sich sehr, sehr, sehr niedergeschlagen gefühlt hat, kann man versuchen, kleine Brücken gefühlsmäßig zu bauen, aber zu 100% das Konzept kann man dann doch nicht nachvollziehen. Ja. Genau. So, wie bin ich jetzt? Irgendwo wollte ich noch drauf. Jetzt habe ich mich da verrannt. Jetzt musst du auf deinen Zettel gucken, du. Muss ich auf meinen Zettel gucken? Genau, du hattest erzählt letztes Jahr, dass alles das viel selbstreflektiert. Und währenddessen hast du auch gemerkt, dass Worte sehr viel Macht haben, oder? Oh, Worte haben so viel Macht. Ja, damit habe ich mich auch mal einen ganzen Monat auseinandergesetzt mit Worten. Oh ja. Okay, war vorher nicht so dein Thema? Nee. Also, ich habe so, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, oder vielleicht ist es auch ein Gefühl, ich weiß es nicht, das findest du raus, ich habe so richtig brutale Ehrlichkeit, aber so richtig brutal. Und das passt manchmal auch nicht so gut. Ich versuche da mittlerweile ein bisschen andere Worte zu finden, weil auch da habe ich festgestellt, dass das anderen Menschen ein bisschen wehtut. Ja, Worte können verletzen. Ja, und nur weil es keine Beleidigung ist, heißt es nicht, dass das mich verletzt. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das habe ich schon daran gemerkt, dass du so ein, zwei Worte, da hast du dich selbst korrigiert, beziehungsweise da hast du das Wort dann selbst hinterfragt, ist das jetzt das Richtige in unserem Gespräch jetzt? Und da hatte ich mir schon überlegt so, okay, wenn Nils sagt, früher hat er gerne mal in die Kerbe gehauen, muss das ja wahrscheinlich auch ein Prozess dann in der näheren Vergangenheit gewesen sein. Ja. Natürlich. Also sei es Hörbücher oder Dokumentation, also ich konsumiere das wirklich sehr viel mittlerweile, um mich damit auseinanderzusetzen, weil es für mich wichtig geworden ist. Okay. Weil ich denke, dass wir uns aktuell in so einer Zeit bewegen, wo Menschen nicht mehr miteinander reden können, also oder es sehr schwer fällt durch Social Media, weil alles Datenautobahn und immer schnell schwarz-weiß und immer ins Gesicht und voll Essereien und da ist für mich persönlich, das ist auch eine Erkenntnis, dass ich genau das Gegenteil machen möchte. Warum ich zum Beispiel auch super gerne mit dir reden möchte, um Leuten zu zeigen, wie man vernünftig miteinander spricht, auch über Probleme. Ja. Ja. Spitze. Ja. Ich habe hier noch eine Frage, warte, was ist mit denen, die sich zwingen können, trotz schwerster Depressionen, die haben eine übelst überdurchschnittliche Willenskraft, Disziplin, die du aber in einem Promille-Bereich der Menschen mit wirklich schwerster Depression finden kannst. Also eigentlich kannst du mit schwerster Depressionen dich, wenn du wirklich, es gibt drei Abstufungen so, leichte, mittelschwere und schwere Depressionen, wenn du wirklich in einer schweren depressiven Episode bist, kannst du dich da grundsätzlich nicht mehr zu zwingen, Sport zu machen ohne Unterstützung oder so. In der Regel. Natürlich, die Ausnahme bestätigt immer die Regel so, aber in der Regel lässt sich das sagen. Deswegen ist bei schwerster Depressionen auch immer erster Weg über Medikamente, Antidepressiva, damit die Person therapiefähig wird. Weil wenn du wirklich so niedergeschlagen bist, dass du auch keine Motivation für irgendwas hast, bist du auch nicht therapiefähig. Dann fehlt dir natürlich auch die Motivation zur Therapie, dann kannst du die Sachen überhaupt nicht aufnehmen und so. Und mit Medikamenten, Antidepressiva, versucht man das dann zu stabilisieren, dass dann wirklich eine Gesprächstherapie vonstatten gehen kann. Genau. So, ich hab jetzt, also ich hab tatsächlich immer noch keinen Zugang zu deinen, also nicht wirklich einen tiefen Zugang zu deinen Emotionen, weil immer alle Beispiele, die du nennst, Nils, alle Beispiele sind mit Vorbereitung. Also du hast den, vom letzten Jahr hast du dich gedanklich darauf vorbereitet. Je mehr man sich vorbereitet, desto besser kann man es verarbeiten. Da sind wir bei Bewältigungsstrategien. Ja. Und Bewältigungsstrategien haben einige Menschen mehr, andere Menschen weniger. Das hängt immer davon ab, wie viel hat man in seinem Leben erlebt, wie viele Stressoren sind von außen auf einen zugekommen, dass man sich anpassen musste. Also Stress per se ist nicht schlecht. Stress und kritische Lebensereignisse sind nicht per se schlecht, denn das trifft auf uns ein und wir müssen uns anpassen. Und mit diesen Anpassungsreaktionen bilden wir neue Methoden aus, wie wir mit Stress umgehen können. Natürlich kann das zu viel werden. Bei Dauerstress zum Beispiel auf der Arbeit, dann sind wir im Bereich Burnout nachher. Aber wenn jetzt ein kritisches Lebensereignis kommt und das ist auch wieder viel mit der Erziehung und im Kleinkindalter, dass wir da lernen müssen, uns an das Leben anzupassen und verschiedene Techniken ausbilden. Also der grobe Überbegriff dafür ist Resilienz. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat das schon mal gehört. Ist auch so ein Modewort mittlerweile geworden. Deswegen benutze ich es nicht mehr so gerne und so häufig. Aber Resilienz ist eigentlich ein Fachbegriff in der Psychologie, der die psychische Widerstandskraft beschreibt. Also da gehören auch Bewältigungsstrategien mit rein, da gehört aber auch sowas wie Selbstwirksamkeit mit rein. Ich glaube, du hast eine relativ hohe Selbstwirksamkeit, so wie ich das über den Daumen schätzen müsste. Selbstwirksamkeit bedeutet, ich gehe in eine Situation rein und weiß, ich kann mit meinem Werkzeug die Situation beeinflussen. Das würde eine hohe Selbstwirksamkeit bedeuten. Eine niedrige Selbstwirksamkeit würde bedeuten, da ist eine Situation und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt reingehen soll. Ich weiß nicht, wie ich die bewältigen soll. Das löst alles Angst und Stress in mir aus und ich fühle mich eigentlich so, als wenn ich nur ein Spielball meiner Umstände bin. Zumindest jetzt mittlerweile, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, die letzte Zeit, wo wir geredet haben, würde ich schätzen, dass du eine sehr hohe Selbstwirksamkeit in den meisten Situationen hast. Ja, dann nickt er. Ja. Ja. Also, ich muss dich wirklich enttäuschen, Christoph. Na? In 37 Jahren war das einschneidendste, was ich hier eben gerade erzählt habe, war das einschneidendste, was je passiert ist, auf emotionaler Ebene. Ob du es glaubst oder nicht. Was meinst du? Das, was ich dir als letztes erzählt habe. Also, ich kann dir nichts... Nee, okay. Nee, also, ich kann dir wirklich... Dann gehen wir mal weiter zurück. Nee, wir gehen weiter zurück. Wir gehen ganz weit zurück. Okay, let's go. Wir sind beim kleinen Nils. Ja, der kleine, okay. Okay, der kleine Nils. Du hattest gesagt am Anfang, deine Mutter ist mit vier, als du vier warst ungefähr gegangen. Ja. Kannst du dich an die Zeit noch bruchstückhaft erinnern oder hast du da gar keine Erinnerung? Ja, ich weiß, dass ich in einem Raum gesessen habe mit dem Richter und der mich gefragt hat, wo ich hingehen will. Meine Antwort war darauf, woher soll ich das wissen? Hm. Das war meine Antwort darauf. Woher soll ich das denn wissen? Und, äh, naja, du musst ja, du musst ja jetzt dich zu irgendwem hingezogen fühlen. Und pass auf, auch wenn ich vier Jahre alt war, ne? Meine Mutter, das weiß ich noch, bei der Scheidung, meine Mutter hat damals, äh, währenddessen mein Vater auf Schicht war, äh, hat die mit Männern gepennt und ich lag im Hochbett im selben Raum. Und ich weiß das noch ganz genau. Ich kann, ich kann mich an die Tapete erinnern, ich kann mich an das Bett erinnern, ich kann mich an die Bettwäsche erinnern, ich weiß, wie das Bett ausgesehen hat. Äh, und in diesem Moment, als ich mir die Frage dann nochmal gestellt habe, habe ich gesagt, ich möchte gerne bei meinem Papa bleiben. Weil ich damals schon wusste, dass das nicht richtig ist. Hm. Und das war übrigens auch nicht nur ein Mann, sondern auch ein paar andere mehr. Ja, ich mache keinen Vorwurf so, ich habe keinen, meinen Frieden damit, ist alles okay. Hm. Erinnere ich mich noch ganz genau dran. Mhm. Okay, ja, das ist tatsächlich ein krasses Erlebnis. Ja. Und das, aber auch an der Stelle, wir sind in derselben Wohnung geblieben, noch ein paar Jahre, weil Vater hat halt nichts anderes gefunden und für mich war das nicht notwendig. Ähm, ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie das Zimmer ausgesehen hat. Also an dem einen Abend, ähm, also an dem einen Abend, als ich das das erste Mal gecheckt habe, das hat sich eingebrannt. Und jedes Mal, also wirklich jedes Mal, wenn, äh, wenn mich das jemand fragt, kann ich das wirklich haargenau beschreiben. Ich kann dir sogar sagen, dass ich in dem Moment so unter Stress war, als Kind, Tapete abgepult habe und die Tapete gefressen habe. Und mein Vater hat mir Anschiss des Todes gegeben, weil ich die Tapete gefressen habe. Ich habe das meinem Vater nie erzählt. Weil mein Vater das dann irgendwann, äh, selber rausgefunden hat. Und dann habe ich gesagt, äh, als ich ein bisschen älter war, ich sage, Papa, jetzt weißt du, weil ich die Tapete gefressen habe. Ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und da war ich klein, so. Da war ich klein. Und, ähm, aber auch das möchte ich mal wirklich behaupten, ohne das irgendwie zu verdrängen oder zuzulassen, weil ich kann da offen drüber reden, mich hat auch das irgendwie gar nicht gejuckt. Auch schon da. Doch, da hat es dich gejuckt. Sonst hättest du die Tapete nicht gegessen. Genau. Im Nachgang dann. Also es ist jetzt nicht so, ähm, es ist jetzt nicht so, als wenn mich das jahrelang irgendwie verfolgt hätte oder ich da jahrelang drüber nachgedacht habe. Für mich war zum Beispiel auch die Konsequenz daraus, äh, dass dieser Mensch sich nicht wirklich bewusst um mich gekümmert hat und mir dann immer versucht hat, meinen Vater irgendwie schlecht zu reden, dass der sich nicht kümmern will. Die ist das, was halt Eltern so machen, wenn die Eltern sind und ihren Kindern irgendwie was Gutes tun wollen. äh, oder zumindest den Kontakt zu ihren Kindern haben wollen, war für mich halt schon in jungen Jahren, auch wenn mein Vater, weiß ich ganz genau, immer gesagt hat, das ist immer noch deine Mutter, ich spreche diese, diesen Menschen auch nicht mit Mutter an. Mhm. It's not gonna happen. Wird nicht passieren, weil das, was, äh, das, was dort passiert ist, damit hat sie sich halt das Anrecht darauf, hat sie sich verspielt und auch in den ganzen kommenden Jahren hat sie, äh, das, also nee, ich verzeihe das, ist alles cool, aber das ist nicht meine Mutter. Und ich spreche sie auch nicht so an. Mhm. Okay. Ja, krass. Ähm. Weißt du, warum sich das so in deinen, also wieso du dich so glasklar an die Sachen erinnern kannst, die da passiert sind? Wahrscheinlich, weil es, also was heißt wahrscheinlich, es ist halt nicht gut, dass sowas als Kind zu sehen. Ja. Nennt sich Blitzlichterinnerung, tatsächlich. Okay. Gibt einen Begriff dafür. Ähm, das liegt daran, also es gibt, nicht nur als Kind, das haben wir in allen Lebensphasen. Wenn wir unter starkem Stress stehen, wird Adrenalin unter anderem auch Cortisol ausgeschüttet. Aber das Adrenalin ist wichtig. Auch Adrenalin wird ausgeschüttet und das sorgt dafür, dass Gedächtnisinhalte ins Gedächtnis eingebrannt werden. Also unser Gedächtnis arbeitet ja so, dass einige Informationen bleiben hängen, andere bleiben wieder nicht hängen, so. Einige sind im Langzeit-, im Kurzzeitgedächtnis. Aber wenn wir unter starkem Stress stehen, mit Adrenalin und Cortisol zusammen, so wie du anscheinend zu diesem Zeitpunkt auch was, ja, also, wer würde da nicht so unter Stress stehen, ähm, brennt sich diese Erinnerung tief ins Gedächtnis ein. Dass diese Blitzlichterinnerung, dass wir wie in einem Blitzlicht die Situation glasklar vor Augen haben. So, und, ähm, ich will es nicht, ich will es nicht mehr dramatisieren und ich will es auch nicht herunterspielen. Das ist eine traumatische Erfahrung für ein kleines Kind, so. Das bedeutet jetzt nicht, dass man da irgendwie, ähm, eine Störung von ausbildet. So, Menschen erleben traumatische Erfahrungen und wir gehen anders damit um. Jeder Mensch irgendwie anders und eine, es gibt da eine Störungsform, die heißt posttraumatische Belastungsstörung, die sich da ausbildet oder Traumafolgestörung. Die bilden aber nur ein ganz kleiner Prozentteil aus, die einer, ähm, die einem Trauma ausgesetzt sind. Glücklicherweise sind aber immer noch genug, so. Und kommt auch aufs Trauma an. Und ich finde jetzt bei dir so spannend, dass du schon von klein an anscheinend ein sehr mental starker Mensch warst. Also du bist anscheinend schon mental stark, schätze ich jetzt mal, so weiter zurück können wir nicht gehen, weil ab drei oder vier setzt erst so die Erinnerung ein. Ähm, anscheinend bist du schon sehr früh mental sehr stark gewesen und konntest Sachen verarbeiten für die andere, unter Umständen schwer traumatisiert worden wären, beziehungsweise irgendwelche, ähm, Störungen ausgebildet hätten. So, das können wir nicht ausschließen. Aber bei dir ist das anscheinend überhaupt nicht so. Bei dir ist das anscheinend so, dass du, ähm, wir können nur mutmaßen jetzt, weil so hundertprozentig kann man es nicht, ähm, sagen, ohne das jetzt weiter zu diagnostizieren. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, ähm, dass du anscheinend eine Persönlichkeit hast und eine Fähigkeit, die deine mentale Geisteskraft sehr stark gemacht hat und sehr flexibel für Stressoren von außen, dass du dich an die anpassen kannst. Macht das Sinn für dich, oder? Ja? Ja, das, äh, ja. Hm. Ja, es ist erstaunlich. Also, es gibt selten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die tatsächlich durchgängig weg und so mental stark wirken. Es wird aber auch über die Jahre immer schlimmer. Also, wenn wir das Wort schlimmer dann mal nehmen können. Also, es wird wirklich, das wird immer heftiger. Ja, und das, deswegen wollte ich auch, also, deswegen, äh, möchte ich mal jemanden, der das Werkzeug besitzt und das einschätzen kann, dieses Gespräch führen, weil ich das manchmal schon sehr unheimlich finde. Mhm. Also, ja. Also, wirklich sehr unheimlich. Ja. Und, das ist so dieser Moment, wenn man sich nicht vor sich selber erschreckt, aber so ganz viele Leute um sich rum das anders machen und du, der eine, bist in so einem Riesenrudel, den das überhaupt nicht juckt oder tangiert und du sagst, okay, das ist die Situation. Dann müssen wir mit der Situation, dann müssen wir mit der Situation jetzt halt umgehen. Und das ist das Problem, das jetzt nämlich kommt, aus dieser Stärke, aus deinem, also aus deinem, deiner mentalen Stärke, die, du kennst ja nur dein Sichtfeld, so, wir sind alle subjektiv geprägt, wir kennen alle nur unser Sichtfeld. Und, dass du jetzt Probleme hast, das nachzuvollziehen bei anderen, weil ganz viele andere Menschen haben das nicht. Ganz viele andere Menschen, das ist das, was ich vorhin mit Persönlichkeit ansprechen wollte, was jetzt vielleicht ganz gut passt. Wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften. So, Persönlichkeitseigenschaften wie emotionale Instabilität. Instabilität. Die eine Person ist ein bisschen instabiler, die andere Person ein bisschen stabiler. Also, es gibt zum Beispiel Leute, die schwingen immer nur ganz wenig emotional, die erleben keine riesige Freude und keine tiefste Trauer, sondern, wenn sie sich freuen, dann so ein bisschen, so einen kleinen Ausschlag. Wenn sie trauern, dann auch so ein bisschen, ein kleiner Ausschlag. Es gibt Leute, die schwingen sehr stark, so, die freuen sich riesig, mega, super happy, aber wenn sie dann traurig sind, dann auch genau das Gegenteil davon. Ich sehe mich beim Ersten. Ich dich auch. Das sehe ich mich. Das sehe ich mich. Ja. Und dazwischen gibt es natürlich noch ganz viele Abstufungen so. Und dann gibt es noch viele verschiedene andere Sachen, so Gewissenhaftigkeit, eher introvertiert, eher extrovertiert, so Leute, die eher positiv denken oder Leute, die eher negativ denken. Und diese Persönlichkeitseigenschaften prägen sich aus, wieder während unseres Aufwachsens. Da sind sie noch nicht verfestigt, noch sehr stark im Wandel. Wobei wir natürlich eine gewisse Genetik mitbekommen. Schon wenn wir geboren werden, sind wir unterschiedlich. Du kannst zwei Babys jetzt nebeneinander legen, die gerade frisch geschlüpft sind, hebst das eine hoch und das wird am ganzen Körper so, ja, hat so einen Muskeltonus, ja, ist ziemlich, boah, ein einziger Muskel in deiner Hand. So, dann hebst du das andere Baby hoch und das hängt so ganz schlaff in deinen Armen. Daran erkennt man schon so ein bisschen das Temperament, nennen wir das in der Psychologie. Temperament, Temperamentsfaktoren sind angeboren. So, das sind dann die Gene, die wir von Mama und Papa mitbekommen, plus Epigenetik. Wobei Epigenetik will ich jetzt nicht weiter aufrollen, das ist die Aktivierung von Genen, beziehungsweise das Zurückfahren von Genen. Also wir haben gewisse Gene, die wir mitbekommen und durch Epigenetik, das sind dann Stressoren von außen, werden diese Gene entweder aktiviert oder nicht. Nehmen wir Wut, Aggression, wenn wir jetzt verschiedene Gene für Aggression haben, nehmen wir uns eins raus. Und eigentlich sind wir da nicht so stark ausgeprägt. Aber jetzt sind wir im Bauch unserer Mutter und chillen unser Leben und unsere Mutter hat aber ein sehr stressiges Erlebnis. Und dieser Stress, da wir verbunden sind über die Nabelschnur, geht auf das Baby, also auf uns, zurück. Und das verändert nicht das Gen, aber das aktiviert unter Umständen dieses Gen. Das ist Epigenetik. Das ist ganz grob umrissen. Und so kommen wir auf die Welt mit verschiedenen Temperamentsfaktoren. Deswegen gibt es auch ruhigere Kinder so, die laufen nebenbei. Und dann gibt es stressigere Kinder, die brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Betreuung. Stressig ist jetzt auch wertend, sorry. Aber sehr lebhafte Kinder. Und diese unterschiedlichen Temperamente fordern unterschiedliches Erziehungsverhalten von Menschen. Also das Kind, das nur nebenbei läuft und sehr genügsam ist, fordert nicht so viel Erziehungskompetenz, wie das Kind, das sehr lebhaft ist und vielleicht auch emotional, also viele emotionale Täler und Höhen mitmacht. Dann kommt es auf das Wechselspiel nachher an, wie wir uns entwickeln. Und anscheinend, also keine Ahnung, ist jetzt eine Hypothese von mir, kann auch falsch sein, bist du geschlüpft mit einem sehr ausgeglichenen Temperament. Und dieses ausgeglichene Temperament hat sich zumindest dann darin gezeigt, dass du auf Stressoren besser reagieren kannst, als jemand, der diese Stressoren mehr aus der Bahn werfen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Macht das Sinn? Ja. Okay. So viel zur Persönlichkeit. Also Persönlichkeit, genau, zur Einschätzung. Deswegen hatte ich das ja erklärt. Die Einschätzung von dir auf andere Menschen. Natürlich könntest du jetzt sagen, und das machen viele Menschen, ich mache das immer so und mir fällt das ja relativ leicht. Warum fällt das dir nicht so leicht wie mir? Das ist ja per se erstmal eine Frage, die man stellen kann. Ja, die ist aber nicht gut. Weil damit stellt man den anderen unter den Scheffel. Weil, sag ich mal, ich nehme jetzt das Wort Leistungstier, okay? Das ist so ein Wort, was von Vater mit übergeben wurde. Also in unserer Familie waren wir, waren die Männer, die Klassischen, waren immer die Leistungstiere. Immer ackern und ackern und ackern und nach Hause bringen. Und über die Jahre, also ist auch heute für mich immer noch so, das ist auch etwas, was ich mir auf die Fahne schreibe. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das geht bei mir. Aber ich würde diese Frage niemandem stellen, weil du damit jemanden unter den Scheffel stellen würdest, dass der nicht in der Lage ist, so viel Tempo zu gehen. Diese Erkenntnis habe ich übrigens in der letzten Podcast-Folge gehabt mit Jen. Weil wir nämlich auf, wir haben uns immer gegenseitig Hausaufgaben aufgegeben. Okay. Und weil wir das, weil sie nimmt mich mit in ihre Welt und ich nehme sie mit in meine Welt. Und meine Hausaufgaben waren einfach schon so krass. Also ich habe von ihr zum Beispiel in der ersten Folge habe ich ihr gesagt, dann steh mal bitte früh auf. Weil ich stehe immer früh auf und gehe zum Sport. Und die nächste Woche war, du stehst früh auf und gehst zum Sport. Und dann war es irgendwann, du isst kein Fastfood mehr und so weiter und so fort. Und irgendwann in der siebten Folge ist mir aufgefallen, Nee, was ist das denn? Sie dreht ja ihr komplettes Leben auf links um. Nur weil das für dich leicht ist, heißt das ja nicht, dass das für sie auch leicht ist. Und dann haben wir ganz offen auch darüber gesprochen und dann ist mir halt aufgefallen, Nee, diese Anforderungen kannst du an Menschen gar nicht stellen, weil sie gar nicht in der Lage dazu sind. Und seitdem ist das bei mir auch so, was du gerade beschrieben hast, versuche ich das nicht mehr so zu artikulieren, sondern nur die Frage zu stellen, was fällt dir denn schwer? Und nicht, mir fällt das nicht schwer, warum fällt dir das so schwer? Weil das unhöflich ist. Weil es wirklich unhöflich ist und auch ein Eingriff in den Menschen ist. Weil das sind so, ich glaube, das sind so Fragen, wenn ich das jetzt mal so beziehe, die Menschen ein ganzes Leben mitnehmen werden. Also wenn zum Beispiel dein Partner in einer Beziehung einmal zu dir sagt, du siehst dick aus, warum machst du keinen Sport? Wird er sich, also es kann passieren, muss nicht passieren, wird er sich für den Rest des Lebens dick finden. Weil du ihm ja passiv-aggressiv das mitgibst. Und dieses passiv-aggressive habe ich mir komplett abgewöhnt. Weil ich passiv-aggressiv, weil ich möchte zum Beispiel immer, wenn ich jemanden kennenlerne, möchte ich immer meine beste Version sein. Und meine beste Version heißt, ich möchte nicht meine Vergangenheit mitbringen. Also meine Vergangenheit gehört zu mir, aber meine Vergangenheit prägt nicht meine Gegenwart. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine, die jetzt in meiner Jugendbeziehung eine Frau hat, die mir fremd geht, würde ich nie im Leben daran denken, wenn ich jetzt eine kennenlerne, dass sie mir fremd geht. Weil ich bin also selbst von mir überzeugt, das wird nicht passieren. Und wenn es passiert, dann kann ich ja aufgrund von Erfahrungen meinen Kopf darauf münzen und das für mich halt klären. Um aber auf den Punkt zurückzukommen, diese Fragen stellt man so nicht. Die Fragen stellst du so einfach nicht. Das gehört sich auch nicht. Also ich persönlich finde es nicht gut. Gut. Aber die Erkenntnis hast du auch erst vor kurzem gemacht anscheinend. Ja, und das tut mir echt leid, weil damit sehr viel, naja, man hat Menschen verletzt und das ist einfach so unnötig, weil es so einfach ist. Okay. Ich habe schon den nächsten Punkt. Ich würde einmal kurz auf Toilette gehen. Ich weiß nicht, Nils, hast du überhaupt eine Uhrzeit? Also hast du eine zeitliche Begrenzung hier? Nee. Nee, okay. Ich habe heute Christoph Sonntag und wenn du daran Spaß hast, ich habe daran sehr viel Spaß und genieße das gerade. Ja, ich auch. Sehr schön. Ich würde mir einen Kaffee holen. Lass uns doch zwei Minuten Pause machen. Zettler-Tück, perfekt. Machen wir zwei Minuten Pause und sehen uns gleich wieder. Alles klar. Ja, geil. Bis gleich. Bis gleich. Jo. Hallo. Hallo. Ich wollte schon immer mal mit einem Psychologen reden, der währenddessen einfach eine Jogginghose anhört. Das fühle ich. Das ist so richtig schöne Couch-Philosophie. Gut. Prima. Ja, ich hätte mir auch, ich habe mir tatsächlich mal überlegt, setzt du dich hier ein Hemd hin und so, aber pfff. Habe ich es heute auch überlegt, ehrlich gesagt. Ja? Ich habe mir extra die Haare gemacht heute und dachte mir so, naja, wenn wir schon mal mit Christoph, dann können wir aber reden. Aber da habe ich mich doch für ein T-Shirt. Nee, ist auch besser. Also auch, wenn wir ernstige Gespräche führen, klar, das Erscheinungsbild ist immer wichtig, aber pfff. Nee, Worte sind wichtiger als Erscheinungsbild. Sagst du, aber nicht für den ersten Eindruck. Am ersten Taten? Nicht für den, ja, leider nicht für den ersten Eindruck. Ja, gut, da hast du recht, ja, das stimmt. Der erste Eindruck ist immer sehr abhängig vom äußeren Erscheinungsbild. Da kannst du ja noch nicht so viele Taten oder Worte sprechen lassen. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und wenn Menschen dann schnell sind, dich in Schubladen zu packen, bist du halt auch schnell weg. Dann hast du auch keine Chance mehr, deine Taten sprechen zu lassen. Deswegen versuche ich mir auch, Schubladen abzugewöhnen. Sehr gut. Ja. Schwierig, aber sehr gut. Also du wirst sie dir nicht zu 100% abgewöhnen können, aber man sollte zumindest so weit kommen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt jemanden in eine Schublade gepackt, aber ich schließe sie nicht ab und mache, also ich mache sie nicht zu und schließe ab. Ja. Sondern ich lasse sie offen und kann ihn da auch wieder rausholen und woanders hinpacken. Genau. Also Schubladen ist ja bezogen auf Stereotype und Vorurteile. Die sind, ja, nicht unbedingt leider, denn die haben schon Sinn, wieso sie da sind, aber die sind in uns drin, also genetisch verankert, im Menschen drin. Und die sind auch sinnvoll, nur leider führen sie oft dazu, dass wir Menschen vorverurteilen, beziehungsweise im schlimmsten Fall diskriminieren und abwerten. Ja. Ja. Und deswegen ist das immer ganz gut, mental wach und flexibel zu bleiben, damit man seine eigenen Vorurteile auch mal hinterfragt. Ja, genau. So. Hast du nochmal nachgedacht jetzt? In der Pause. Ich denke mein ganzes Leben nach, du. Mein ganzes Leben besteht aus Nachdenken. Ne, ist dir noch eine Frage gekommen? Ja. Also ist dir noch irgendwie was? Nö. Unklar was? Nö. Nö. Ich kann dir sehr gut folgen, du machst das sehr deutlich und sehr klar, so. Mhm. Ja, manchmal habe ich das Problem, dass ich in Fachworte abgleite. Das versuche ich mir tatsächlich abzugewöhnen mittlerweile, dass ich nicht mehr diese Fachworte benutze und voraussetze, dass das Wissen ja da ist, sondern dann versuche die zu umschreiben, beziehungsweise zu erklären. Ja, also sollte irgendwie mal der Fall sein, sag Bescheid. Ja. Gut. Ich habe jetzt noch Veränderungen mir aufgeschrieben, weil Veränderungen zumindest in letzter Zeit dein Leben gestaltet haben. Oh ja. Also ich hatte jetzt, ich habe jetzt Sport, also mit Gewichtsabnahme. Ja. Ich habe Passiv-Aggressiv, dass du dir das abgewöhnst. Was, hau mal raus, was hast du noch so alles verändert? Mein Kleidungsstil. Mhm. Warum? Ich fand es nicht mehr schön. Okay. Also so nach 20 Jahren Glatze rocken und Schlabbershirts und war irgendwann mal Zeit, ins Spiegel zu gucken und sagen, ja, so ist gut. Okay. Hattest du vorher auch eine Glatze oder wie? Ja. Also hast du dir immer Haare abrasiert? Ja, ich habe wirklich super lange und viele Jahre, also bestimmt schon so 20 Jahre Glatze getragen. Ich habe draußen auf dem Flur eine Wand, da sind über 100 Caps. Ich habe jahrelang nur Caps getragen. Mhm. Okay. Also richtig viel so. Das war auch schon so ein Spleen. Ja. Was hat sich denn noch so verändert? Ich habe durch den gedanklichen Anstoß eines Streamer-Kollegens angefangen, mich größtenteils, also wirklich sehr größtenteils, vegetarisch zu ernähren. Mhm. Ich habe meinen Fleischkonsum überdacht und mir Gedanken darüber gemacht, ob ich eventuell ein gutes Beispiel sein kann, um den Menschen, die ich bewege im Leben, was Gutes mitgeben zu können oder vielleicht, was wir ja vorhin gerade meinten, den einen zu treffen, der dann das weitergibt. So, nachdem, das habe ich mir auch abgewöhnt, meine Kommunikation hat sich um 180 Grad gedreht. Also meine Worte, Umgang mit Menschen, Umgang mit Themen, Freude am Leben hat sich auf jeden Fall extrem geändert. Mehr Lebenszufriedenheit? Ja. Also, ja, ich stehe schon morgens vor dem Spiegel und sage, schon stabil. Hast du schon gar nicht so schlecht gemacht, ja. Mhm, schön. Ja. Was hat sich denn noch so geändert? Boah. Hm. Umgang mit Menschen? Auf jeden Fall ganz extrem. Das hat sich sehr extrem geändert. Ich habe beispielsweise mit meinen sehr engen Freunden mittlerweile ein sehr, sehr inniges und warmes Verhältnis. Mhm. Also auch so ein, man kann auch mal auf der Terrasse sitzen und nichts sagen und einfach beieinander sein und co-existieren und das ist in Ordnung. Hattest du das früher nicht? Nee. Nee, habe ich nicht. Nee. Also da habe ich wirklich Schwierigkeiten. Aber ich war immer so, ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen, ich beschreibe das immer gerne als Star-Lüren so, weil ich sage mal, ich gehe mal davon aus, aufgrund dieser ganzen Jahre, wo dieses ganze Zocker-Dasein so unterdrückt wurde oder das innerlich in mir unterdrückt wurde von anderen, die immer was draufgepackt haben, das ist halt so in dieser Streamer-Zeit, wo viele Menschen bei dir waren und dich geguckt haben und dich gefeiert haben, dich irgendwie so selber geistig, irgendwie hast du dich so auf den Podest gestellt, dass du irgendwie was Besonderes bist. Und ich habe früher ganz viel am Handy gehangen, weil jeder Alert war super wichtig. Alles war wichtig. Nur der Mensch gegenüber war die wichtig. Und da gab es auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe mit meinem besten Kumpel damals in Berlin, wir haben zusammen gearbeitet und da saßen wir montags, haben wir immer Meetings gemacht. Wir nannten das immer Meetings. Manchmal haben wir uns einfach nur unterhalten, Füße hochgelegt, Döner gegessen und waren einfach beieinander. Und er hatte mir was super Wichtiges aus seinem Leben erzählt. Und ich habe die Füße auf dem Tisch gehabt, habe mein Handy in der Hand gehabt und habe mit meinem Handy gespielt, währenddessen er mir das erzählt hat. Und dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Und hat gesagt, so nicht. Und das hat für mich zwei Jahre gebraucht, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und ich lebe jetzt gerade ganz bewusst mit dem Gegenüber. Also ist mir wirklich egal, wer da, welcher Alert ausgelöst wird. Also wenn jetzt nicht unbedingt Vater anruft oder eine sehr nahe Person, dass da wirklich gerade Holland in Not ist, spielt das für mich keine Rolle mehr. Weil nur der Mensch gegenüber, der mir Zeit schenkt und mir Aufmerksamkeit schenkt, der kriegt genau dasselbe wieder zurück. Mhm. Okay. Und das hat sich auch letztes Jahr, beziehungsweise so die letzten anderthalb Jahre hat sich das geändert. Und ich habe diese Allüren auch einfach gar nicht mehr. Also ich glaube, in den letzten oder in der letzten Zeit bin ich noch bodenständiger geworden, als ich eigentlich schon war. Das hat sich auf jeden Fall auch sehr extrem geändert. Mhm. Und durch diese innere Zufriedenheit ist auch so die Zufriedenheit mit dem Leben und mit Situationen gekommen. Dass man, also dieses Mindset zu sagen, wenn ich es nicht ändern kann, dann kann ich es nicht ändern. Mhm. Dann ist es einfach so. Ja. Dann akzeptiert man das und macht daraus dann irgendwie das Beste so. Wenn man denn was Besseres oder was Gutes daraus macht. Ja. Ja. Okay. Ansonsten, so das Sportding ist super ungesund. Warum das? Na pass auf, das ist vielleicht ein Gefühl. Wenn wir da, pass auf, das ist vielleicht ein Gefühl. Okay. Also nachdem dieses einschneidende Erlebnis letztes Jahr passiert ist, habe ich wie ein Wahnsinniger meinen Körper geschunden. Mhm. Vielleicht ist das so diese Verdrängung oder, also da wirst du bessere Worte für finden, aber ich habe mich richtig geschunden. Also ich war sieben Tage die Woche Sport gemacht, ich bin jeden Tag Rennen gefahren, also ich habe Tischtennis gespielt und das manchmal alles an einem Tag und da gab es für mich keine Pause. Also egal, was mein Körper gesagt hat, es war egal, der hatte nichts zu melden. Mein Geist hat immer gesagt, nee, nee, vorwärts. Immer vorwärts und Feuer. Bis jetzt die Quittung kam. Also ich habe mir jetzt vor kurzem, habe ich mir drei Entzündungen gleichzeitig in einem Arm geholt und dann hat mich der Doc gefragt, ob ich nicht ganz dicht bin und habe ich vor ihm gesessen und habe gesagt, warum? Naja, das, was sie da machen, ist eher kontraproduktiv, weil sie ruinieren sich ihren Körper, also sie machen was Gutes für den Körper, aber sie ruinieren auch gleichzeitig den Körper. Und an dem Punkt ist mir aufgefallen, dass Willenskraft auch manchmal schad, also schädlich sein kann. Und in dem Fall war es schädlich. Es war super schädlich. Und dann, an der Stelle war für mich so der Punkt angekommen, als ich beim Bad gesessen habe und der mir dann gesagt hat, oh, sie haben einen Thromboseanfall gehabt. Da ging bei mir das Licht an und da habe ich gesagt, okay, Moment, wir müssen glaube ich nochmal Willenskraft überdenken. Es ist ja okay, dass man seinen inneren Schweinehund ein bisschen bekämpfen kann, aber es muss auch eine Grenze haben. Und an dem Punkt habe ich gelernt und es ist witzig, dass es jetzt erst passiert, es ist auch einfach mal okay, abends nur auf der Couch zu liegen. Das ist okay. Es ist okay, sich einfach nur hinzulegen und irgendeinen Scheiß zu gucken. Ja, ist es. Das war für mich okay. Okay, und dann warst du nach der Situation so im Hustle drin, dass du 24-7 eigentlich nur darauf hingearbeitet hast, deinen Körper zu betätigen. Ich habe nur gehustelt. Wie ein Irrer. Alles. Also wirklich wie ein Wahnsinniger. Aber Wahnsinniger im Sinne von, also ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass es vielleicht Verdrängung ist, sich nicht mit der Sache auseinanderzusetzen. Also würde ich jetzt mal vermuten. Wäre eine Theorie. Wäre eine Theorie, ja. Die Theorie hatte ich übrigens auch schon, als ich mal in mich reinhorchte. Aber am Ende des Tages war es für mich einfach, mich hat das dann glücklich gemacht in dem Moment. Für mich war das cool so. Also ich fand es schön, mich zu aktivieren und halt einfach mal weiterzugehen. Das war halt, also ich gehe davon aus, man nennt das ja in der heutigen Fachsprache auf TikTok, wenn man das so sagen kann. TikTok ist Fachsprache. TikTok und Fachsprache. Ja, 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 es ist witzig. Den Witz wollte ich ja eben genau deswegen machen, weil du ihn wahrscheinlich verstehst dann. Aber ich gehe davon aus, dass es halt so ein Glow-Up ist. Wo du sagst, ey, okay, let's go. Teuer. Wir machen noch mal besser. Ja, also es hört sich tatsächlich, also das Ding bei Sport ist, es macht uns glücklich. Sport kann auch zur Sucht werden, in Richtung Sportsucht. Dass wir das brauchen, um unseren Dopamin- und Endorphin-Haushalt, also die Hormone, die dann das Glückszentrum betätigen, beziehungsweise unsere Motivation betätigen, dass wir etwas machen, so pushen, dass wir immer und immer weiter zum Sport müssen. Wenn wir Sport machen, dann fühlen wir uns danach zwar kaputt, aber auch glücklich, weil halt auch Endorphine ausgeschüttet werden. Und natürlich kann das in dein Glücksgefühl dahergekommen sein, ne? So, du hast dich mit etwas beschäftigt, du hast was Positives gemacht aus deiner Sicht und dann im Zusammenhang mit deinem Glückszentrum, das auch noch aktiviert wurde, fühlt man sich natürlich gut. Bis dann nachher der Arm sagt oder wo die Entzündung auch immer war, so, nee, stopp, Kollege. So gut darfst du dich nicht fühlen. Das hat er aber auch schon früher gesagt. Das hat er schon, das hat er einen ganzen Monat gesagt. Aber ich habe immer gesagt, du bist ruhig jetzt. Also ich habe nicht Medikamente reingeschmissen, weil ich persönlich nicht so ein Fan von bin. Ich habe einfach gesagt, du bist ruhig jetzt hier. Ich habe hier das Wort. Schaut sie jetzt. Ja, so ungefähr lief das wirklich. Also das ist schon, das war sehr ungesund auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall. Dass das Schlimme an der ganzen Sache ist, also ohne in irgendeiner Form mich selber zu loben, sondern einfach nur aus meinem Kopf zu reden. Das Schlimme daran ist, ich lebe wirklich so bewusst, dass mir das klar ist in dem Moment. Ich weiß das. Also ich weiß, wenn ich an einem Wochenende, das war in dem Fall so, ich bin an einem Wochenende in ein Rennen gefahren. Und ich habe schon, seitdem ich die erste Sekunde ins Lenkrad gegriffen habe, hat es in der Schulter gestochen. Ich wusste, dass das kommt. Also mir war das in dem Moment völlig bewusst. Und ich habe trotzdem, bin noch mehr gefahren. Ich habe anderen Leuten noch was abgenommen und bin noch mehr gefahren. Ja, bis ich dann Sonntag den Abend nicht mehr mehr hochheben konnte. Weil ich dann einfach, da habe ich ihm halt komplett den Rest gegeben. So, und mir war das, in dem Moment war mir das bewusst und ich wusste das schon. Ich wusste morgen, okay, morgen ist scheiße. Ja, das ist tatsächlich übrigens ein Kriterium für eine gewisse Form des schädlichen Verhaltens in Richtung Abhängigkeit. So, man weiß, es hat körperliche Schäden. Ich mache es trotzdem weiter, weil ich es, ich kann es halt nicht lassen. So, ich muss, es dreht sich alles darum, ich muss es machen. So, nicht, dass du jetzt in der Abhängigkeit warst. Dazu gehören noch andere Faktoren dazu. Aber es war auf jeden Fall ein sehr ungesundes, ungesundes Sportverhalten, was du da für dich an den Tag gelegt hattest. Ich lebe es aber auch immer noch, nur halt mit der Grenze zu sagen, pass auf, wenn der sich meldet, der hat hier auch was zu melden. Der hat was zu sagen. Jetzt darfst du wieder. Jetzt darfst du dich melden, das ist okay. Okay, ja, das ist gut. Wenn du dann sagen kannst, ich habe meine Grenzen und ich kann es selbst kontrollieren und einschränken, das ist perfekt. Ja. Dann ist das gut. Dann ist es wieder auf eine gesunde Bahn zurückgelenkt. Ja. Okay. Ja, aber so insgesamt sind das ja ziemlich viele Veränderungen, die du innerhalb sehr kurzer Zeit jetzt gemacht hast. Wobei die ein oder andere halt auch schon ein bisschen länger in der Pipeline war. So wie das mit dem Handy-Konsum, das war jetzt vor zwei Jahren die Situation und musste sich aufbauen. Und andere Sachen hast du dann relativ kurzfristig geändert. Was meinst du, wie schnell sich Menschen verändern können, so aus deiner persönlichen Erfahrung heraus? Auf mich bezogen oder auf andere Menschen bezogen? Ne, so Menschen. Menschen allgemein. Menschen an sich. Jahre? Also, okay, wir können es nicht verallgemeinern, weil ja der Mensch per se, ich meine, wir können die Komplexität, das ist ein sehr schönes Zitat, was ich sehr gerne sage, wir können die Komplexität der Menschen und deren Köpfe gar nicht erfassen. Weil es gibt so viele Menschen und so viele Verdrahtungen im Kopf, dass wir, selbst du wirst Schwierigkeiten haben, der gelernt hat, damit umzugehen. Also, es kann von Wochen bis Monate, bis Jahre, Jahrzehnte sein. Können sich Menschen um 180 Grad drehen? Absolut. Davon bist du überzeugt. Ja, aber, jetzt kommt das Kleine bis Mittelschwere, aber den kleinen Teufel haben sie immer mit sich in. Den tragen sie immer in sich drin. Den Schweinehund. Den Teufel. Den Teufel? Ja, ich nenne das jetzt mal Teufel, damit es halt negativ ist oder zumindestens negativ behaftet ist, weil den 180 Grad Turn machst du ja nur, damit du was Schlechtes hinter dir lassen kannst. Oder natürlich machst du 180 Grad Turn und lässt das Gute drin und machst ein Schlechtes draus. Aber genau, also in dieser Analogie möchte ich das halt versuchen, deutlich zu machen, weil bei mir, mein Schlechtes ist immer noch in mir drin. Das weiß ich auch. Ich weiß, dass das immer noch da ist. Das wird doch nicht verschwinden. Nur ich habe gelernt, dieses, ich nenne es jetzt mal, den Teufel zu kontrollieren. Okay. Ja. Ja, Veränderungen sind, also Veränderungen ist ja auch Thema bei mir, ne, auf der Arbeit. Ja. Die Leute kommen hin, die sind kriminell, haben eine kriminelle Persönlichkeit oder was auch immer, haben kriminelle, also haben Straftaten begonnen, um sich Drogen zu beschaffen, weil sie sehr impulsiv sind und ein Problem mit Aggressionen haben. Und dann meistens auch ein Problem mit Alkohol, weil sie Mord begonnen haben, weil sie alles mögliche, so es gibt ja alle Straftaten, die man sich so vorstellen kann. Und dann sitzt man vor den Leuten und es sind zum Glück noch junge Menschen, denn da kommen wir gleich zu der ersten Unterscheidung, wann Veränderungen einfacher sind. Nämlich, wenn wir jung sind, so es gibt zwei Phasen, wo Veränderungen, beziehungsweise Prägung stattfindet. Einmal, während wir ganz klein sind und aufwachsen, so, man geht so zwischen den ersten drei und fünf Jahren, passiert sehr viel, was, was unsere Gewohnheiten und so angeht, was schon die ersten Richtungen angeht für unser Leben. Und dann kommt noch eine große Zeit, also dann geht es noch weiter, aber dann kommt noch eine große Zeit, wenn unser Gehirn einmal komplett neu verdrahtet wird. Also wenn da oben irgendjemand reingeht, alles einmal rausreißt und dann alle Stecker nochmal neu steckt, in der Pubertät. In der Pubertät ist dann auch nochmal eine gewisse Art der Veränderung mit drin. Wenn wir aus der Pubertät raus sind, gehen wir davon aus, dass die Persönlichkeit ab 18, so, aber bei jedem Menschen ist das immer unterschiedlich, ab 18 verfestigt sich. Dann immer weiter im Laufe. Und dann ist es schwierig, Gewohnheiten abzulegen. Was meine ich jetzt mit Gewohnheiten? Gewohnheiten, zum Beispiel immer aufs Handy gucken. Gewohnheit, nicht zum Sport zu gehen, sondern lieber Netflix auf dem Sofa zu schauen. Die Gewohnheit, lieber mit dem Auto irgendwo hinzufahren, als mit dem Fahrrad. Die Gewohnheit, morgens eine Kaffeetasse zu trinken, Kaffeetasse, Tasse Kaffee, zu trinken, statt ein Glas Wasser. So eine Gewohnheit muss ja auch nicht schlecht sein. Gewohnheit kann auch sein, morgens duschen zu gehen. Und dann geht es ja immer darum, Gewohnheiten zu verändern. Denn wir gehen davon aus, dass die Persönlichkeit an sich in der Regel, also 99% der Fälle, nicht veränderbar ist. Also wir verändern uns unser Leben lang, stückweise. Aber du wirst die Persönlichkeit eines Menschen nicht um 180 Grad drehen. Also du wirst nicht zusehen können, dass in der Regel, ich komme gleich zu den Ausnahmen, in der Regel eine Person sich um 180 Grad dreht und aus ihrer Persönlichkeit heraus auf einmal ein komplett neuer Mensch ist. In der Regel wirst du das nicht sehen. Ausnahmen betreffen sehr schwere Lebensereignisse. Sehr schwere Lebensereignisse wie traumatische Erfahrungen. Ja, wo Menschen dann wirklich vor den Latz geknallt bekommen, so hier ist gerade Endstation und du musst jetzt einmal gucken, wie es überhaupt weitergeht. Und aus der Situation heraus kann es sein, dass Menschen sich komplett ändern. Also dass Menschen ihr altes Leben hinter sich lassen und ein komplett neuer Mensch werden. In der Regel funktioniert das aber nicht. Vor allem nicht, wenn wir uns morgens sagen, so jetzt ändere ich mich mal um 180 Grad. So läuft das nicht. All deine Veränderungen sind geknüpft an verschiedene Lebensereignisse, die du gemacht hast. Sind geknüpft an sehr auch einschneidende Lebensereignisse, die du gemacht hast, aufgrund dessen du diese Veränderungen überhaupt erst vorangebracht hast. Plus, du hast glaube ich eine gewisse Persönlichkeit, die diesen Veränderungen positiv gegenübersteht. Also du hast, ob man es jetzt Glück nennen will, naja, ist Glück, wir werden geboren und alle irgendwie random auf diese Welt ausgesetzt. Und wir haben Glück, da geboren zu sein, wo wir geboren wurden. Also ein gewisses Glück, diese Ausstattung von Anfang an mitbekommen zu haben, mit der du dann selbst hantieren kannst und diese Veränderungen mit anschieben kannst. Andere Leute haben das dann leider nicht und die müssen irgendwie ein bisschen härter hasseln, beziehungsweise die haben es schon schwerer, einfache Sachen zu ändern. Gar nicht jetzt so groß ihren kompletten Lebensstil, so wie du das gemacht hast, sondern einfach zu sagen, so ich will jetzt einfach mal Sport machen. So das ist ja das beste Beispiel. Wir müssen mehr Sport machen, weil wir wissen, Bewegung tut uns gut. Aber so die meisten Leute sagen sich so, ja okay, jetzt probiere ich das mal. Zum 1.1. gehe ich dann mal Sport machen, mein neuer Jahresvorsatz. Und ab Februar sind die Sportstudios dann wieder leer, weil die Leute dann wieder zu Hause bleiben. Es ist eine witzige Geschichte, wie das entstanden ist mit dem Sport. Es ist eine super witzige Geschichte. Soll ich dir die erzählen? Ja, hau raus, bitte. Ich bin gespannt. Ich habe also letztes Jahr diesen Menschen kennengelernt, ja? Mhm. Und ich habe mich da so pudelwohl gefühlt und einfach tippitoppi. Und ich konnte früher nach dem Stream nicht mehr sprechen, weil mein Pensum war aufgebraucht. Kannst du das verstehen, wenn du von der Arbeit kommst und manchmal willst du einfach nicht mehr reden? Bestimmt. Ja, ja, ja. Dann ist man voll. Genau, das hatte ich dann nicht. Das war das allererste Mal, wo ich gesagt habe, den ganzen Tag eigentlich, von morgens bis bitte abends, ist egal worüber, Hauptsache wir machen. Streiten auch meinetwegen, gib ihm. Und dann habe ich den Menschen das erste Mal getroffen und dieser Mensch war in einem Abendkleid unterwegs und hat sich richtig in Schale geschmissen für mich. Oder sagen wir einfach für sich. Weil normalerweise schmeißt man sich in Schale für sich und nicht für wen anders. Zumindest sollte das, glaube ich, wenn man zu sich selber ein gesundes Verhältnis hat, wenn man das so sagen kann, sollte das so sein. Na ja, ich stand nun also da mit 40 Kilo mehr. Also Kartoffelsack. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich so noch meine, keine Haare, Cap-Off, Hoodie an und riesige Hosen, Baggies. Und dann sind wir in dem Moment, sind wir essen gegangen und wir sind an einer Glasfront vorbeigegangen. Und ich habe in diese Glasfront reingeguckt und irgendwie aus irgendwelchen Kindererinnerungen, warum auch immer hat sich dieses Bild bei mir eingeprägt, das sieht hier gerade aus wie die Schöne und das Biest. Nur, dass die Schöne, nur nicht, dass es das Biest ist, sondern einfach, dass es ein Mechelin-Männchen ist. Und ich habe mir das angeguckt beim Vorbeigehen unterbewusst, also so, dass keiner mitgekriegt hat, aber ich habe gesagt, nee Nils, jetzt ist Schluss. Ich glaube, so läuft der Hase hier nicht mehr. Das haut so einfach nicht hin. So willst du nicht sein. Am Anfang war es so, okay, ich möchte dieses Bild, was ich dort gesehen habe, ändern. Für mich. Und unterbewusst für den Menschen, damit das besser einhergeht. Und dann ging das los. Ich bin mitten in der Nacht nach Hause gekommen nach diesem Essen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin auf den Crosstrainer gegangen und bin zwei Stunden gelaufen. Und ich habe mein komplettes Leben in dieser Nacht überdacht. Alles. Von dem Ergebnis, also von dem Erlebnis, als ich klein war, bis heute. Bis zu dem Punkt, als ich da reingeguckt habe. Bin schlafen gegangen, bin aufgestanden und habe das ganze Ding nochmal gemacht. Aber komplett. Nochmal zwei Stunden. Ruff. Morgens, also Flasche Wasser in geknallt, das ganze Ding nochmal. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das so einfach nicht funktioniert und dass ich nicht bin, den ich da sehen möchte. Also ich wollte das da, ich wollte das nicht mehr, ich wollte das einfach nicht mehr sehen. Weil ich das auch nicht schön fand. Ich selber. Und irgendwann hat sich das so rausgeprägt, dass es nicht mehr darum ging, neben dieser Frau so auszusehen, wie ich ausgesehen habe. Sondern ich so aussehen möchte, wie ich mich da drin sehen möchte. Und dann habe ich geackert. Aber wie ein Irrer. An wirklich allem, was mir, also wirklich, wo ich mir gesagt habe, nee, tut mir leid jetzt, aber das geht so nicht. Kannst du nicht machen. Du kannst nicht so mit Menschen reden. Du kannst nicht immer 20 Liter Mountain Dew am Tag saufen und denken, dass du irgendwie, dass du lange leben wirst. Du kannst nicht den ganzen Tag nur Fleisch fressen. Du kannst nicht den Leuten vorleben, dass du die Welt verbessern möchtest, aber die Welt nicht besser machst. Und das ging, war wirklich von Tag, einen Tag aus, jeden Tag auf dem Crosstrainer. Den ganzen Tag hat das gedauert und gemacht und getan, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich mit der Dame, das weiß ich noch, bin ich mir einen Anzug kaufen gegangen. Das allererste Mal in meinem Leben war ich bei einem Herenausstatter. Und ich bin da reingegangen, also so wie jetzt, hab Hudi angehabt, sah aber schon besser aus, aber Cap auf und alles. Und dann hat mich dieser Mann, das weiß ich noch, sehr gut beraten und ich hatte die Dame die ganze Zeit mit, dass sie das sehen konnte. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich mitbekommen habe, dass sie das gut fand. Dass ich gesagt habe, ab hier nur noch in die Richtung und keine andere. Und ich habe mir den Anzug angezogen, ich habe Fotos gemacht, ich habe mir die Fotos angeguckt und ich habe nach 37 Jahren das allererste Mal gesagt, den Mann wollte ich sehen. Den wollte ich sehen, genau so wie du da stehst, so wollte ich dich sehen. Naja, da hatte ich noch keine Haare so, das sind halt die Nebenprozesse, die dabei entstehen. Aber die Frage stelle ich mir wirklich jeden Morgen, wenn ich unter der Dusche stehe, weil ich einen Spiegel gegenüber meiner Dusche habe, mag ich mich so sehen? Bin ich damit d'accord? Wenn ich Ja sage, ist Ja. Wenn mir was auffällt, wird es geändert. Und das habe ich jeden Morgen, wenn ich laufen gehe. Genau deswegen gehe ich laufen, weil ich jeden Morgen in meinen Kopf reingucke. Und jetzt ist es nicht mehr so extrem wie früher, sondern ein bisschen weniger. Aber jeden Morgen, wenn ich in meine Garage gehe, wenn mich jemanden fragt, warum machst du Sport? Sage ich nicht, weil ich Sport machen will oder weil ich abnehmen will, sondern weil ich in meinen Kopf reingucken will. Jeden Morgen möchte ich in meinen Kopf reingucken. Und jeden Morgen möchte ich mit mir sprechen. Also, sprechen, es gibt ja das Krankheitsbild, dass man mit sich redet. Also, ich weiß nicht genau, ähm... Meinst du Stimmen hören? Ja, genau. Also, ich weiß. Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen. Also, es sind nicht Wahnvorstellungen, würde ich sagen, aber ich spreche halt so diesen inneren Dialog, den man führt. Ich führe jeden Morgen einen inneren Dialog. Jeden Morgen. Ja, ja, ja. Das ist zur Selbstreflexion ganz gut. Ja. So einen inneren Dialog zu führen. Ja. Beziehungsweise sich selbst zu hinterfragen. Ziemlich krass, dass du das jeden Morgen machst. Ja. Ich möchte das aber auch jeden Morgen machen. Weil... Wenn ich jetzt, sage ich mal, an einem Tag... Wenn ich mich mit einem sehr guten Freund über FaceTime unterhalte und der Schwierigkeiten hatte und ich aber nicht so reagiert hätte, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. So wie ich das jetzt reflektiere. Dann möchte ich den am nächsten Tag bitte anrufen und sagen, ey, das tut mir leid. Das war nicht gut. Lass mal nochmal von vorne. Lass mal das Gespräch bitte nochmal führen. Und wir gehen da ein bisschen anders ran. Ich möchte das nicht so im Raum stehen lassen. Und so mache ich das jeden Tag. Also, jeden Morgen überdenke ich, ob ich irgendwas gemacht habe, was mir nicht passt. Also nicht, weil es anderen nicht passte oder weil ich denen damit wehgetan habe, sondern weil ich als Mensch ein anderer sein möchte, als das, was ich in dem Moment getan habe. Das erinnert mich ein bisschen an den Stoizismus. Hast du dazu auch was gelesen? Nee. Stoizismus? Nee? Morgen- und Abendmeditation nennt sich das. Da setzt du dich fünf bis zehn Minuten dann hin und reflektierst morgens, was sind meine Ziele für den Tag? Was möchte ich wie machen? Und abends, also du machst das alles dann morgens. Und abends hast du dann nochmal diese fünf bis zehn Minuten und reflektierst, was ist an diesem Tag passiert? Was hätte ich besser machen können? Beziehungsweise, was will ich anders machen? Das nächste Mal. So, und dann hast du morgens und abends immer diese Selbstreflektionsmomente und du hast das dann tatsächlich morgens innerhalb dieser Sportzeit. Auch ziemlich cool, ja. Ich feiere das so sehr. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön ich das finde. Doch, kann ich. Doch, wenn man das erstmal eingebürgert hat, also am Anfang ist das schwierig, so wie mit jeder neuen Gewohnheit, die man lernt. Aber wenn es dann in der Routine drin ist, dann ist das super easy und macht auch super viel Spaß. Ja. So wie alle Änderungen. Und das ist dann das Problem mit Veränderungen. Veränderungen bedeutet immer, man muss Gewohnheiten ablegen. Und wir Menschen mögen eigentlich Gewohnheiten. Also wir sind so Gewohnheitstiere und jede Gewohnheit, die wir machen, die setzt bei uns auch einen Dopaminausstoß aus. So lässt uns gut fühlen. So Gewohnheiten machen wir immer wieder, weil so evolutionär gesehen, dass eine Gewohnheit uns gut tut. So, wenn wir eine Gewohnheit machen, dann gibt uns das Kontrolle über die Situation und da wir das auch schon immer machen, wird es schon was sein, was uns gut tut. Ist leider beim Rauchen, Alkohol trinken oder auch beim Netflix-Bingen ohne Sport zu machen, leider ein bisschen schwierig, dass uns das gut tut, meine ich. So, ab und zu Netflix ist cool, aber wenn du halt die ganze Zeit nur auf dem Sofa sitzt und dich nicht bewegst, ist das halt zumindest für deine körperliche Gesundheit nicht so zuträglich. Und dann muss man sich fragen, wie legt man Gewohnheiten ab und das ist meistens ein sehr schwieriger Prozess, den man durchgehen muss. Gewohnheiten abzulegen bedeutet, du hast es richtig gemacht, intuitiv oder wie auch immer, du hast dir Ziele gesetzt. So, dein Ziel war, ich will einen anderen Nils haben. So, das ist erstmal ein ganz grobes Ziel, aber du hattest dann ja auch wahrscheinlich schon Gedanken im Kopf. So, du willst schlanker aussehen, du möchtest wieder Haare auf dem Kopf haben, weil dir deine Glatze nicht mehr gefällt. So, du hast dann Einzelziele definiert. Du hattest ein großes Ziel, Nils überarbeiten und dann hast du ganz viele kleine Einzelziele wahrscheinlich definiert. Und auf die hast du dann sukzessiv irgendwie hingearbeitet. Zumindest klingt das so für mich, oder? Ja. Ja. Und das ist halt wichtig, wenn wir neue Gewohnheiten eintrainieren wollen. Also uns wirklich Ziele setzen, die aber auch erreichbar sind. So, Nils hätte ja jetzt auch sagen können, keine Ahnung, was wäre nicht erreichbar gewesen? Ähm. Ja, schwierig zu sagen. Dafür kenne ich die noch nicht genug. Also wahrscheinlich ein Ziel aussuchen, was erstmal so in den nächsten zehn Jahren nicht erreichbar ist und was dich dann selbst immer frustriert, weil du es nicht erreichst und dann die neue Gewohnheit wieder abbrichst. Ja, aber auch da habe ich mir Werkzeuge angeeignet, damit umzugehen. Welche Werkzeuge wären das? Also ich habe mir wirklich lange Ziele gesetzt, die wären wirklich Mammut. Also ich habe mir eine Mammutaufgabe in meinem Leben gesetzt, die ist wirklich eine richtige Mammutaufgabe. Und ich weiß, dass das ein Brecher ist, das zu erreichen. Äh. Okay. Ich habe mir, pass auf, ich wohne hier in so einem tollen Haus drin, ne? Also ich wohne wirklich, ich habe so ganz, ganz tolle Nachbarn, super geiles Umfeld. Und ich möchte irgendwann in meinem Leben, möchte ich mir so eine Hütte kaufen, wo so viele Familien drinnen wohnen, für einen akkuraten Preis. Also nicht überdurchschnittlich hammerkrasse Miete, sondern so, dass sich Menschen das leisten können. Und so ein Ding. So ein Ding wird das. Und ich weiß wirklich, dass ich dafür, ich muss dafür richtig rackern, dass ich Asche zusammenkriege. Weil, ist nicht günstig, das weiß ich auch. Und es sind ja immer Erlebnisse, einschneidende Erlebnisse, zum Beispiel, mir hat vor vier Wochen, hat mir einer was vor das Auto geschmissen. Von der Brücke runter, direkt in die Karre rin. Auto kaputt, schweineteuer die Scheiße. Ein Stein oder was? Ja, irgendwas. Hat auf jeden Fall die ganze Front weggerissen. Na, zum Glück hat es dich nicht erwischt. Ja, ich bin ein guter Autofahrer. Ja, aber das kannst du ja nicht kontrollieren. Manchmal, wenn da oben irgend so ein Idiot steht, der dann einen Stein runterschmeißt. Das ist richtig, aber es ist in der Situation nichts passiert. Deswegen muss man sich ja dieses Nahe und nicht ausmalen. Gut. An der Stelle. Und es kostet Geld so. Es nimmt mir das Geld von meinem Vorhaben weg. Aber es demotiviert mich nicht, sondern ich sage einfach, ey, it is what it is. Du kannst es nicht ändern. Akzeptanz. Ich kann es nicht ändern. Akzeptanz ist ein Riesending, was uns viel lebenszufriedener macht. So Sachen, die man nicht ändern kann, zu akzeptieren. Immer sein Bestes geben. Und wenn, ich habe da ein gutes Bild für. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Willst du sonst erstmal ausführen? Fahr vorhin. Nee, dann mache ich einmal ein kurzes Bild. So, du hast einen Bogenschützen. Einen Bogenschützen, der auf einen Apfel zielen möchte. Der weit irgendwo am Baum hängt. Der Bogenschützer an sich wird sein ganzes Können in diesen Bogenschuss legen, um diesen Apfel zu treffen. Also wird zielen, wird all seine Fähigkeiten, die er in seinem Leben aufgebaut hat, beim Bogenschießen in diesen einen Schuss legen. Weil er sein Bestes gibt. Sobald er die Sehne loslässt und der Pfeil fliegt, ist ihm das Ergebnis aber egal. Denn das kann er nicht mehr beeinflussen. Der Pfeil ist in der Luft. Es kann ein starker Windhauch kommen, den Pfeil vom Kurs abbringen. Es kann ein Eichhörnchen kommen und den Apfel wegklauben. Es kann alles Mögliche passieren, was er nicht im Griff hat, was er nicht unter Kontrolle hat. Und das akzeptiert er. Also das Ergebnis an sich nimmt er, wie es kommt. Das ist diese Akzeptanz. Er gibt sein Bestes und was dabei rauskommt, das liegt nicht zu 100% in seiner Hand. Das beschreibt für mich immer ganz gut diesen Akzeptanzbegriff, den du auch meinst. Das ist passiert, ist scheiße, ich kann es nicht ändern. Okay. Du könntest dich natürlich jetzt auch reinsteigern in dieses Auto und sagen, Oh, scheiße, das kostet jetzt voll viel Geld und so ein Dreck und dir ganz viele Gedanken und wütend und sauer. Aber das würde dich halt nur runterziehen. Haha. Die erste Erinnerung war, ich steige aus dem Auto aus, stelle mich da vor. Oh, das wird teuer. Da müssen wir aber ein bisschen mehr streamen nächsten Monat. Hei, 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 hei. Und dann war das Ding für mich gegessen so. Also war wirklich durch. Ich habe die Polizei angerufen, alles gemacht, dies, das, das, das und dann. Okay. Schluss. Okay. Ja, und also, du willst dir dann so ein Mehrfamilienhaus da hinstellen? Also wo mehr Parteien innerhalb eines Hauses wohnen können? Also weißt du, wie viele Parteien das werden sollen? Oh, so gerne zwischen fünf und zehn. Oh, das wird ein großes Haus. Ja, ich möchte mir, das ist so ein, weißt du, ich habe mir, Christoph, ich habe früher nie wirklich so ein Lebenswerk gehabt. Weißt du, weißt du, und ich habe die, ich habe letzte, immer wenn ich so laufen gehe, habe ich mir gedacht, was ist denn so dein Lebenswerk? Was ist denn, was ist denn der Nachlass quasi? Also, ich möchte gerne nochmal ein Kind kriegen, sehr gerne. Okay. Und ich möchte auch mal nach Hause kommen, in der Beziehung, irgendwann. Ach so. Ich wollte dich gerade fragen, was meinst du mit nach Hause kommen? Das heißt für mich immer, das heißt für mich immer nach Hause kommen, einen Mensch zu haben, den ich mein Zuhause nennen kann. Ah, okay. Ja. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist denn das, was möchtest du denn eigentlich der Welt hinterlassen? Was möchtest du der Welt, so wie sie jetzt gerade ist, hinterlassen? Und meine, was ich mir immer gesagt habe, ist, was ich halt machen kann mit Finanzen, wenn ich sie verdiene, ich kann da ein Haus hinstellen, wo Menschen für eine normale Miete, weil mich tangieren Mietpreise sehr und ich mag die nicht so unbedingt. Verständlich. Ja, das ist aber auch ein bisschen komplexer das Thema, aber um zu sagen, ich mag die Mieten gerade nicht. Und das ist so ein Lebensziel, was ich sage, bevor ich in die Kiste hüppe, möchte ich dieses Haus dahingestellt haben und zehn Familien oder Singles oder wem auch immer, Katzen, Mütter, Väter, was auch immer, möchte ich die Möglichkeit geben, dass sie da drinnen vernünftig und ordentlich, ohne Stress, ohne Higgi-Huggi miteinander leben können. Und das ist mein Lebenswerk, was ich hinterlassen möchte. Jetzt gerade aktuell. Cool. Und also egal wer oder hast du bestimmte Leute im Blick schon oder einfach Leute, die du dann kennenlernst neu und die da einziehen. Nee, mir ist das egal, wer. Also je bunter gemixt, desto schöner. Hauptsache sie sind keine Deppen. Also Deppen im Sinne von, dass sie, naja, ich sag mal so, schlechte Menschen ist immer so ein, sie sollen warme Herzen haben. Ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie warme Herzen haben, weil ich möchte mein warmes Herz denen auch geben, so dass sie untereinander alle warme Herzen haben. Also auch nicht irgendwie so ein Kommunding oder so, ne? Also einfach, da sollen Menschen einfach leben, die es brauchen oder zu dem Zeitpunkt benötigen und da soll alles Töfte sein. Sie sollen ein warmes Herz kriegen. Das ist ein schönes, ja. Und Geborgenheit. Was meinst du mit Geborgenheit? Nein, das sind da nichts, dass ihnen nichts fehlt so. Ach so, für die Geborgenheit dann. Ja, genau. So, dass das der Nest ist, wo die sich gut aufgehoben fühlen. Ja, okay. Genau. Das ist ein cooles Ziel. Also das ist wirklich ein schönes Lebensziel. Ja. Viel Erfolg dabei. Danke. Ja. Nice. Ich guck mal eben über meine Zettel. Guck mal über deine Zettel. Mhm. Ja. Also. Ich hätte alles besprochen, was aus meiner Sicht jetzt, also was du mir bis jetzt geliefert hättest. Wenn du jetzt noch, ja. Das klingt immer so schön, Christoph. Ich mach gefühlt so einen halben Seelen-Stripties, weißt du, vor hunderten Menschen. Also das ist so das Einzige, was du mir jetzt geliefert hast. Und du denkst, was soll ich denn jetzt noch alles geben, sag mal? Soll ich mich nackt ausziehen? Besser nicht. Aber nein, prinzipiell ist das grundsätzlich auf die Sachen bezogen, die du gesagt hattest. Du hattest ja gesagt, dass du einige Fragen hast. Ja. Und wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann hau raus. Beziehungsweise ob du noch was spezifiziert haben möchtest. Ich für mich, also ich für meinen Teil finde, würde sonst das zusammenfassen. Aber hätte da jetzt nichts, wo ich jetzt noch tiefer reingehen würde. Außer du sagst mir jetzt, da müssen wir nochmal. Da müssen wir nochmal. Nö. Ich fand das sehr, ich fand das sehr befreiend, da mal einen Menschen zu haben, der die Werkzeuge hat, das vernünftig in Worte zu fassen. Weil mir fällt das sehr schwer, manche Sachen in Worte zu fassen und das richtig auszudrücken. Und irgendwie hast du das sehr schön gemacht heute. Das war bewusstseinserweitern, finde ich, für mich. Okay. Das freut mich. Schön. Nein, das freut mich wirklich. Sehr schön. Das können wir gerne nochmal machen mit anderen Themen. Ja, sehr gerne. Immer wenn du was hast, dann sag Bescheid. So, ich liebe tatsächlich diese Gesprächsstreams, wo ich mit anderen Leuten rede, wo ich die kennenlerne, wo wir über Sachen uns austauschen auch. Mega. Ich finde es erstmal sehr, sehr imposant, dass du so viel von dir preisgegeben hast und dich öffentlich auch so nackig gemacht hast. Tatsächlich. Also es ist ja schon Seelenstriptease, wenn man über gewisse Themen redet, die einen auch ein bisschen berühren, emotional und so. Und ich glaube, dass da schon sehr viel dazugehört, auch wenn du natürlich vom Fach bist, also professionell streamst und das tagtäglich machst. Aber es ist schon nochmal was anderes, mit jemandem wie mir zu reden und dann da tatsächlich auch ein bisschen tiefer vielleicht einzutauchen. So überhaupt die Bereitschaft zu haben. Deswegen dafür Chapeau. Ziehe meinen Hut. Sehr schön. Und bin immer gerne bereit, nochmal ein Gespräch mit dir zu führen. Also ich fand das sehr angenehm. Wirklich sehr angenehm mit dir zu sprechen. Können wir sehr gerne machen. Also ich hab da, das ist auch diese, vielleicht ist das wieder so eine Form von Akzeptanz. Für mich ist es wichtig, dass Menschen das wissen. Weil das öffnet nämlich die Pforten dafür, dass Menschen sich vielleicht auch selber mit sich auseinandersetzen und vielleicht mal Sachen hinterfragen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt der eine sein kann, der sich hier seelisch nackig macht, womit ich sowieso meinen inneren Frieden habe, also du kannst mich damit nicht angreifen in der Form und ich jetzt jemandem irgendwas, und wenn es nur einer war, etwas Gutes mitgegeben habe, dann haben wir doch alles erreicht, wir zwei beide. Ja, das denke ich auch. Naja, also warum soll ich das nicht tun? Ja, manche Leute haben da Hemmungen über ihre, also über private Sachen, beziehungsweise ihre inneren Zustände zu reden. Was ich ganz gut nachvollziehen kann, weil wir in der Gesellschaft noch das Problem haben, dass wir Gefühle auch so ein bisschen tabuisieren. Vor allem was gewisse Gefühle wie Trauer angeht, was Gefühle wie Wut, wird auch manchmal noch tabuisiert. Und wir das auch von unseren Eltern nicht mitbekommen, da offen und ehrlich drüber zu reden. Also die neueren Generationen mehr, aber je älter du wirst, desto schwieriger wird es für die Generationen wirklich offen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und genau deswegen mache ich das. Weil ich möchte, dass Menschen anfangen, darüber zu reden, weil es wichtig ist. Ja. Wir sind in einer Zeit, wo Veränderungen vor der Tür stehen, also und nicht nur beispielsweise der Klimawandel oder, sag ich mal, andere einschneidende Erlebnisse. Wir müssen uns menschlich auch ein bisschen weiterentwickeln, weil es ist nicht mehr so der Satz, dass wir haben früher, nee, jetzt, heute ist heute und heute gehen wir damit anders um. Weil das Internet gibt uns die Möglichkeiten, so schöne Sachen zu machen wie das hier. For free. Ohne, dass du dir einen Termin irgendwo holen musst. Du kannst hier von Menschen face to face Erfahrung kriegen. Also es gibt, bis auf das eine Thema, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, und das geht halt um die Person zu schützen, weil mir das wichtig ist. Du kannst, also, sag ich dir so, wie es ist, du hättest auch so tief bohren können, wie du möchtest. Also ich gebe dir das auch und ich habe damit wirklich auch keine Schwierigkeiten. Ich würde das, also ich möchte, dass Menschen anfangen, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, weil nur so werden wir Veränderungen schaffen. Weil wenn wir andere Menschen nicht verstehen, werden wir nichts verändern. Das stimmt. Weil wir uns den ganzen Tag mit, sag ich mal, passiv-aggressiven, ähm, wenn wir uns den ganzen Tag mit passiv-aggressiven Phrasen gegenseitig an den Kopf werfen, ziehen wir uns immer weiter alle zurück und wir ziehen uns immer mehr in uns rein, obwohl wir eigentlich aus uns rauskommen sollten. Mhm. Ja, super Einstellung. Ja. Ja, ich finde, also tatsächlich so ein bisschen antasten muss erstmal sein, damit ich lerne, dich einzuschätzen. Aber wir können das nächste Mal gerne, wenn du da dann ein Thema hast, worüber du auch deeper sprechen möchtest, dann können wir da auch tiefer reingehen. Das ist gar kein Problem. Jetzt habe ich, also mein Ziel für dieses Gespräch war, dich erstmal ein bisschen kennenzulernen und oberflächlich einschätzen zu können. So, ne, dann so, wobei ich würde sagen, so ein bisschen ist nicht mehr ganz nur so oberflächlich, sondern schon so ein bisschen tiefer gegangen. Ähm, und so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden geben mir als Psychologe schon eine gewisse, gewisse Einschätzung. Also, das hat dann auch ein bisschen was mit Lernen zu tun. Wenn du etwas sehr häufig machst, dann kriegst du auch so ein intuitives Bauchgefühl für eine Situation. Und ich glaube, was PsychologInnen haben, ist ein intuitives Bauchgefühl für Menschen, was nicht immer richtig sein muss. So auch PsychologInnen irren sich. Aber das ist halt so deren tägliches Werk. Wenn du mit Holz arbeitest einen Tag lang, dann hast du ein intuitives Gespür für Holz. Wenn du den Tag lang mit Steinen arbeitest, Mauerwerk machst oder so, hast du dafür ein intuitives Gefühl. Und wenn du mit Menschen arbeitest, dann hast du für Menschen so ein intuitives Gefühl. Ja. Und natürlich kann ich dich nicht zu 100% einschätzen, aber ich habe ein sehr gutes Bild von dir bekommen. Freut mich. Ich denke, du wirst auch, glaube ich, egal, wer vor dir sitzt, den nie 100%ig einschätzen können. Weil du kriegst ja, du siehst ja immer nur das, was dir gegeben wird. Aber ich kann dir, also, und das meine ich auch so, ich habe dir das heute wirklich, das, was du wolltest, und also wolltest jetzt, du weißt, wie ich das meine, das, was du wolltest, habe ich dir gegeben. Bis auf das eine, was wir vorher gesagt haben. Das haben wir ja vorher abgeschrieben. Alles gut, ja. Also, ich habe dir wirklich alles gegeben. Alles. Sehr schön. Kein Witz. Also, ich habe dir, ich habe jetzt hier nichts weggespielt oder überspielt oder, also, du hast wirklich das gekriegt. Schön. Danke. Bitte. Danke fürs Zuhören. Gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, dann, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Super gerne. Und dann schnacken wir bestimmt nochmal. Das wäre mega. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ich mich auch. Hab einen wunderschönen Sonntag und vielleicht noch viel Spaß in den Beten. Nee, heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Ist bald Bettgehezeit für die beiden und dann Abendroutine. Naja, 16.30 Uhr, da kann man schon mal ins Bett gehen. Ja, die kleinen auf jeden Fall. Die ich noch nicht. Ja. Ja, man kennt's. Es wird dann so, ich lese dir noch was vor. Schatz, um eine, zwei, Schatz, ich bin eingeschlafen. Hast du schon Abendbrot gegessen? Das ist der Klassiker. Ist echt so. Ach, scheiße. Mir machst du nichts vor. Ich hab mich mit Eltern auseinandergesetzt. Deswegen stell ich mir immer einen Wecker. Währenddessen du bei den Kindern im Bett liegst? Ja, ja, so ein Vibrationsding, dass ich dann aufwache, er weiterschläft, weil es halt, du liest vor und dann fallen dir selbst die Augen zu und dann bist du weg. Der Klassiker. Man kennt's. Alles klar. Nils, ich wünsche dir was. Hau rein, bis dann. Hau rein, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.